Ja, guten Abend, liebe Gäste, hier in der Taz-Kantine zum dritten Talk in unserer Reihe Wahlspezial in Berlin. Wir haben heute Franziska Giffey zu Gast, Spitzenkandidatin der SPD, mit mir zusammen moderieren Alke Wirth und ich bin Bert Schulz. Wir freuen uns, dass Sie hier und Sie hier sind. Ganz grob der Ablauf, wir versuchen ein paar Themen anzureißen in den ersten 55, 60 Minuten und würden dann freigeben für Fragen. Wir sind nicht nur hier im Raum, sondern Manu Schubert ist für uns an den Online-Desks, hier sieht man ihn. Er betreut die Kanäle über Facebook, über YouTube und man kann auch über E-Mail Fragen schicken, das kann er gleich nochmal genau erklären. Wie gesagt, wir freuen uns, dass ihr und Sie alle gekommen seid und ich gebe mal Manu, dass es kurz erklären kann, was ist und dann geht's los. Ja, vielen Dank, lieber Bert. Hallo nochmal von meiner Seite hier, lieber Bert, lieber Alke, liebe Frau Giffey. Herzlich willkommen auf unsere dritte Runde zusammen, die dritte Runde, die dritte Runde der Spitzen. Wie läuft das, wenn ihr im Stream zuguckt auf Google oder auf Google, ja auf YouTube oder auf Facebook? Ihr könnt entweder eure Fragen und Gedanken direkt in den Live-Chat tippen, ich nehme das alles mit und sammle das alles. Oder wer sich nicht traut, in den Chat zu schreiben, darf mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Das geht ganz einfach an taztalk.ataz.de, gerne lieber kürzer als lange Romane. Wir haben ja auch nur 90 Minuten Zeit, wir wollen das Format nicht überstrapazieren. Also taztalk.ataz.de. Und ich sage mal so, kurz nach acht ungefähr schalte ich mich wieder dann zu euch ins Podium und dann schauen wir mal, welche Gedanken und Fragen das Netz an euch hat. Und damit wünsche ich eine anregende Diskussion. Danke, Manu. Und ja, los geht's. Ja, auch von mir. Herzlich willkommen, Frau Giffey. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, ich kenne Sie jedenfalls schon ein paar Jahre. Ich war früher die zuständige Redakteurin für Bildung und Migration hier im Berlintal der taz. Deswegen habe ich Sie zunächst zuerst getroffen als Bildungsstadträtin vom Bezirk Neukölln, damals Nachfolgerin, wenn ich mich recht erinnere, von dem unvergessenen Herrn Schemang und später dann als Nachfolgerin von dem natürlich ebenfalls unvergessenen Herrn Buschkowski, der noch unter den Lebenden weilt, als Bezirksbürgermeisterin. Da sind wir uns oft begegnet. Ich glaube, ich habe Sie zuletzt gesehen bei einer Einbürgerungsfeier im Bezirk Neukölln. Das muss eine ihrer ersten Ferien gewesen sein. Das war sehr rührend und ich erinnere mich daran, dass ich das dann später beschrieben habe als sehr großen Unterschied zu dem Stil, den Heinz Buschkowski damals als SPD-Bürgermeister gepflegt hat. Wird Ihnen nicht so gut gefallen, müssen Sie jetzt aber auch nicht zu sagen. Dann wurden Sie im Mai 2021 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 18, 18. Bis Mai 2021 natürlich, ab 18. Und dann der Rücktritt wegen der Plagiatsvorwürfe, die sich auf Ihre Doktorarbeit bezogen. Seit November 2020 sind Sie Landesvorsitzende der SPD Berlin und jetzt auch Spitzenkandidatin. Ja und zum ersten Mal hier im Taz-Haus herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen herzlichen Dank und guten Abend in die Runde. Wir würden gerne mit so einem kleinen, schnellen Spiel beginnen und stellen uns schon mal vor, Sie wären schon Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Sie müssten schnell Entscheidungen treffen, akkurat und ohne groß nachzudenken. Und entsprechend kommen jetzt entweder-oder-Fragen. Man sollte schon nachdenken, bevor man Entscheidungen trifft, oder? Ja, so. Kommt auf einmal wie lange. Hier muss es schnell gehen und das erste Doppel heißt Buschkowski oder Brandt? Brandt. Das zweite ist ein Neuköllner Special, Jogginghose oder Kostüm? Warum ist es ein Neuköllner Special? Na ja, Jogginghose gilt ja so als... Würden Sie einen Mann das auch fragen? Na klar. Jogginghose oder Anzug, ja. Oder Anzug, logisch. Das ist eine Neuköllner-Frage. Der Stil Neuköllner, Jogginghose, ist ja sowas, was... Achso, ich soll fragen, was typisch Neuköllner ist. Nö, Sie können jetzt verraten, dass Sie auch gerne mal eine Jogginghose tragen zum Beispiel. Eher selten. Okay. Das nächste ist eine ganz bellen Frage. Lässt das Rückschlüsse zu auf irgendwas? Wahrscheinlich, ne? Also das Thema ist jetzt gerade so wieder so ganz innen, dass man an den Äußerlichkeiten erstmal abfragt, wie jemand so ist. Ich glaube schon, im Kollegenkreis ist die Ansicht sehr verbreitet, dass die Jogginghose ein Neuköllner Phänomen ist, aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Aber jetzt kommt eine ganz Berliner Frage, die lautet Döner oder Currywurst? Ach, mal Döner, mal Currywurst, genauso wie es in Neukölln Menschen gibt, die ganz unterschiedlich gekleidet sind. Das finde ich auch großartig, dass Berlin so vielfältig ist und das unsere Eigenart ist, dass jeder hier anziehen kann, was er will in dieser Stadt, ohne komisch angemacht zu werden. Das finde ich ziemlich toll. Wir werden ein bisschen politischer, U-Bahn oder Tram? Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich bin aber für die U-Bahn-Verlängerung, gerade in die Außenbezirke, weil wir tausende Menschen damit auch anbinden können und dafür sorgen, dass sie eben umsteigen auf die U-Bahn und nicht mit dem Auto in die Stadt reinbringen. Aber Sie kriegen ja jetzt gerade eine Tram geschenkt in Ihrem alten Kiez Neukölln. Naja, geschenkt ist ja jetzt auch übertrieben. Also ich finde es super, wenn wir Straßenbahnen ausbauen, gar keine Frage. Aber ich finde, dass wir auch an den Stellen, wo es Sinn macht und wo die Außenbezüge besser angebunden werden müssen, dafür sorgen, dass U-Bahn-Verlängerungen stattfinden. Wir haben ja einen Vorschlag dafür gemacht. Wir kommen vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Und jetzt wollen wir die Zeitüberschreitung wieder rein. Enteignen oder bauen? Bauen. Jetzt nicht überraschend, oder? Und schließlich Parkplätze oder Parks? Ich finde Parks super toll und ich finde, wir müssen für die Parkanlagen, die wir in der Stadt haben, alles dafür tun, dass die gepflegt aussehen, dass sie sauber sind und dass Menschen wirklich sich da wohlfühlen und gut aufhalten können und unser Stadtgrün auch entsprechend erhalten und ausgebaut wird. Ich habe sie vor zwei Tagen getroffen bei einem Termin, da ging es um Graffiti. Da haben Sie sich beschwert, dass es keinen Benzingeruch und keine laute Beatmusik gab. Ja, also es ging mir eher um Lösungsmittel. Habe ich gelesen. Nicht Benzin, ja, sehr gut. Meine Frage wäre eher die, Parks sind ja Orte, die zum einen bei Natur sind, aber auch Treffpunkte für Kultur. Sie haben ja so ein bisschen zurückhaltend reagiert, wenn es um Sprayerflächen ging. Nö, habe ich gar nicht. Ich frage Sie mal, hat irgendeine andere Partei ein Wahlplakat freigegeben als Graffiti-Spray-Orden und sagen, okay, ihr könnt das nutzen und macht was daraus, was toll ist. Das ist doch, also hat kein anderer gemacht, weiß ich nicht, ob vielleicht ja doch, aber ich finde es gut, wenn es legal, ich habe mich in Neukölln auch dafür schon eingesetzt, dass die Jugend die kreative Szene Raum kriegt, legal zu sprühen. Was ich nicht toll finde, ist, wenn ein Haus gerade frisch neu gemacht ist und irgendwelche Leute der Meinung sind, ihre Texte da unten ranzuschmieren. Das finde ich nicht in Ordnung, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich. Aber ich finde, dass wir den 15.000 Sprayern hier in der Stadt, die wirklich teilweise tolle Kunst machen, auch ermöglichen sollten, gerade der jungen Generation, dass sie Orte haben, an denen sie sich nicht dauernd umdrehen müssen, ob einer sie erwischt, sondern wo sie wirklich kreativ sein können. Das finde ich toll, das macht Berlin auch aus. Und diese Differenzierung wünsche ich mir schon. Nicht überall, aber mehr Orte schaffen, wo es möglich ist. Gerne auch in Parks. Zum Beispiel, wenn es Flächen gibt, die dafür vorgesehen sind, wo man sich auch, das hat übrigens die Graffiti-Lobby ja auch gesagt, die wollen auch lieber legale Flächen haben. Und das müssen wir ausdiskutieren, wie das gehen kann. Aber das zu ermöglichen, finde ich eine gute Sache. Wir waren jetzt schon so halb im verkehrspolitischen Thema drin. Wir waren bei der U-Bahn, wir waren bei der Tram. Wenn wir vielleicht damit auch tatsächlich einsteigen, weil die Debatte in der Stadt im Wahlkampf dreht sich tatsächlich auch sehr, sehr stark um die Frage, wohin will Franziska Giffey mit ihrer SPD, wohin wollen die bisherigen Regierungspartner Grüne und Linke bei dem Ausbau des Nahverkehrs. Wenn man in andere europäische Großstädte schaut, Paris ist ein großes Beispiel, was jetzt oft durch die Medien ging, Kopenhagen, auch Brüssel, da wird weitflächig versucht, Räume zu schaffen für Fußgänger, für Radfahrerinnen, für Menschen, die den Ort quasi nicht als Durchgangsort sehen wollen, sondern tatsächlich als Lebnisort. Warum versuchen Sie diese Entwicklung, die ja Ihre beiden Koalitionspartner bisher vorangetrieben haben, so ein bisschen auszubremsen? Das erzählen gerne Menschen, dass ich irgendwas versuche auszubremsen, so ist es aber nicht, sondern wir haben ja einen geeinten Fahrradstrategie-Teil und einen geeinten Fußgängerstrategie-Teil. Wir sind genauso wie unsere Koalitionspartner dafür, dass wir eine gute und sichere Radinfrastruktur haben. Es gibt den Radverkehrswegeplan bis 2030, davon ist leider unter grüner Führung der zuständigen Senatoren nicht so viel umgesetzt worden. Von dem Plan sind wir bei einem Bereich von 0 bis 1,4 Prozent umgesetzter Radverkehrsprojekte, die vereinbart sind, die entschieden worden sind, auch mit der SPD zusammen. Und ich bin sehr dafür, dass wir in der nächsten Legislatur zum Beispiel die Fünf-Radschnellverbindungen in der Stadt wirklich angehen, dass wir mehr und sichere Radwege in der Stadt bauen und wirklich Alternativen für Menschen, die sagen, ich traue mich im Moment nicht, aufs Rad umzusteigen, weil ich nicht die gute Radverkehrsstruktur vorfinde. Und ich habe das im Übrigen in meiner Zeit als Bürgermeisterin auch sehr stark vorangetrieben. Die Radwege, die jetzt auf der Karl-Marx-Straße da sind, die Hermann-Straße, die wir sicherer gemacht haben, das sind Dinge, die habe ich schon angeschoben in meiner Zeit. Ich finde das absolut richtig. Aber was ich nicht gut finde, ist, wenn wir eine Diskussion haben, wo es immer wieder auch dann zu dem Punkt kommt, dass Menschen sich fragen müssen, kann ich mir das überhaupt noch leisten, in die Stadt zu fahren mit einer City-Maut. Und das war ein Thema, an dem jetzt auch in der Fraktion das gescheitert ist. Dann wird immer gerne gesagt, da steht ja ja nichts von City-Maut. Sie waren die Mobilitäts-, das letzte Teil des Mobilitätsgesetzes, ne? Ja, aber wissen Sie, wenn da drinsteht, Regulierung des fließenden Verkehrs über Preismechanismen, dann ist das nichts anderes als eine City-Maut. Und ich möchte nicht in einer Stadt leben, in der sich Menschen fragen müssen, kann ich mir das leisten, überhaupt in die Stadt zu fahren, wenn ich aufs Auto angewiesen bin, weil ich mehr zu transportieren habe als mich selber oder weil ich mich vielleicht mobilitätseingeschränkt bin. So soll es nicht sein. Wir brauchen gute Angebote. Wir brauchen auch andere Antriebe für die Autos, weniger Autoverkehr. Aber es muss aus meiner Sicht in einer fast 4-Millionen-Metropole auch noch in Zukunft möglich sein, in die Stadt zu fahren, auch mit dem Auto. Weniger, mit anderen Antrieben, mit Elektroinfrastruktur. All das gehört dazu. Und natürlich so, dass die Menschen möglichst umsteigen können auf Sharing oder auf öffentlichen Nahverkehr. Wie stehen Sie denn zu dem Vorschlag, Tempo 30 in der Stadt zu machen, durchgehend? Ich finde, dass wir in der Situation, in der wir jetzt sind, auch sehen müssen, dass wir unterschiedliche Straßenverbindungen haben. In bestimmten Nebenstraßen, an Orten, wo Wohngebiete sind, finde ich das durchaus sinnvoll, das zu tun. Aber alle Straßen auf eine Tempo 30-Begrenzung zu ziehen, ich denke, das ist nicht… Paris hat das jetzt gemacht. Also Paris hat jetzt den radikalen Schritt gemacht. Viele andere Städte folgen. Man fragt sich so ein bisschen, warum Berlin sich da so raushält, weil die Stadt ist schön, es gibt viele Bäume, es ist eine schöne Stadt, es ist eine lebenswerte Stadt, es gibt jetzt Vorschläge für die Umgestaltung unter den Linden, auch das dauert noch lange. Aber man hat so das Gefühl, die SPD versucht sich da eher so ein bisschen als Bremser darzustellen, als zu sagen, nee, lasst uns doch aufnehmen mit Paris, lasst uns doch aufstehen mit London, wo die Leute tatsächlich die Stadt zurückerobern. In London bin ich mir jetzt nicht bewusst, ob da überall Tempo 30… Nicht überall, aber es gibt andere Flächen. Nicht überall, sehen Sie, da sind wir schon an dem Punkt. Ich finde es total gut, sich anzuschauen, wo kann man Geschwindigkeiten reduzieren, Autoverkehr reduzieren, Spielstraßen machen, auch mehr Radverkehrsverbindungen zu machen. Aber eine pauschale Festlegung, überall in der Stadt, Tempo 30, das finde ich eine undifferenzierte Herangehensweise, wir müssen uns das ansehen. Aber wir haben Straßenverbindungen, wo sie durch Tempo 30 generell eher mehr schädliche Substanzen nach außen tragen, weil die Leute im Stau stehen. Wir müssen es so machen, dass der Verkehrsfluss funktioniert. Aber der Verkehr fließt eh nicht länger oder schneller als 30 Stundenkilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt drunter. Sie haben, auch da ist es nicht überall so. Und ich finde, wir müssen einfach genau uns das ansehen, differenziert vorgehen und nicht mit Pauschalverboten hier agieren. Und dort, wo es Sinn macht, wo es nützt, finde ich es gut, über eine Reduzierung nachzudenken und das auch mit der Verkehrslenkung Berlin ordentlich zu besprechen. Wo kann man solche Maßnahmen machen? Aber generell zu sagen, überall ist das sinnvoll, weil überall auf allen zwölfmal etwa 300 Kilometer, so ein Bezirk hat ja ungefähr 300 Kilometer Straßenland. Und das mal zwölf, das ist nicht so, dass jetzt überall an jeder Stelle dauernd Stau ist und überall Tempo 30 Sinn macht. Das können Sie mir nicht erzählen. Wir haben auch Außenbezirke, wo das nicht so ist. Und da würde ich schon gerne eine differenzierte Herangehensweise auch weitersehen. Wir können mal ein bisschen springen, was das Thema angeht. Wir haben uns bei der Vorbereitung dieses Gesprächs gefragt, warum das Herz, mit dem die SPD wirbt, eckig ist. Ja, also das haben kurioserweise total viele Menschen gefragt. Das ist, also wir haben das gerade vor kurzem mal gezeigt in einem kleinen Film, wie das entstanden ist. Dieses Herz kommt ja von unserem SPD-Würfel. Der Würfel ist ja eigentlich das Logo, mit dem die SPD seit langem wirbt. Und wir haben ja unser Programm, unser Wahlprogramm unter das Motto Herzenssache Berlin gestellt. Und weil wir eben wissen, dass sehr, sehr viele Menschen hier in der Stadt, die vielleicht nicht hier geboren sind, aber hier aufgewachsen sind, hierher gezogen sind, später in die Stadt gekommen sind, sich für die Stadt einsetzen, obwohl sie gar keine gebürtigen Berlinerinnen und Berliner sind, aber sagen, Berlin liegt mir am Herzen. Und das soll auch so sein. Aber wieso eckig? Also wieso ist ein Herz eckig? Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eben diese Herzenssache als Thema, das Herz als Thema im Logo haben. Und wir wollen aber auch einen Bezug zu unserem Würfel machen. Und es sind verschiedene Ereignis entstanden, wenn Sie mal aufmerksam durch die Stadt fahren, werden Sie sehen, dass es auch ein Haus gibt, das für Bauen steht, ein Lesezeichen, das für Bildung steht. Und die sind immer geklappt aus dem Würfel. Also das sind quasi alles kleine Quadrate, aus denen dieses Herz entwickelt ist. Und dann die Ableitung vom Würfel zum Herz ist ja logischerweise eckig und deswegen ist das Herz eckig. Wir haben gehört, dass die Idee dahinter war, dass die SPD nicht mehr so kuschelig rüberkommen darf gegenüber den anderen beiden Koalitionspartnern. Ach Gott, immer diese Interpretation. Nö, damit hat es Janusz zu tun. Nee. Also es ist viel simpler. Warum Berlinern Sie jetzt? Entschuldigung, es tut mir leid. Kann man daraus wieder etwas ableiten? Nein, überhaupt nicht. Ist mir so rausgerutscht. Aber wir können auch ganz ordentliches Hochdeutsch. Aber wissen Sie was? Ich finde es ja gut, wenn Leute auch mal Berlin nennen. Ja, absolut. Also das ist ja, das macht ja auch Berlin aus, meine Güte. Aber bestimmt kann man da auch wieder was reininterpretieren, oder? Nein, wir sind nicht tiefenpsychologisch unterwegs. Also wir machen das hier. Ihr seid nicht tiefenpsychologisch unterwegs. Überhaupt nicht. Nein, nein, wir sind ja das jetzt. Niemals. Aber die Frage tatsächlich, die Koalition fühlt sich, oder die Koalitionspartner, die noch übrig sind, die anderen beiden, fühlen sich so ein bisschen gepiesackt. Und warum triezen Sie die jetzt so, Linke und Grüne? Also wissen Sie, ich bin heute ja als Populistin bezeichnet worden, wahlweise andere Dinge. Ich sage mal, ich sehe hier nicht, dass irgendwer getriezt wird, sondern es geht darum, eine politische Auseinandersetzung zu Themen zu haben und auch klar Positionen zu beziehen. Und es ist Wahlkampf, ja. Und da geht es auch darum, dass man schon auch deutlich macht, wo steht die einzelne Partei. Das machen, glaube ich, alle so. Und das ist auch was völlig Normales. Das hat nichts mit Triezen zu tun, sondern einfach damit, dass wir ja schon in einer Zeit, in der es darum geht, für die eigenen politischen Ideen und Werte zu werben, auch klar zu sagen, wo man selber steht. Was ist SPD pur? Und vielfache, ich habe das viele Jahre gehört, das Gejammere, ach ja, wir wissen ja gar nicht, wofür die SPD steht. Das kommt immer mal wieder. Ja, auch innerhalb der Partei ist sowas immer wieder gekommen. Und ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, wie wir das so machen können, dass wirklich alle wissen, wofür stehen wir eigentlich? Was sind unsere großen Ziele? Und das kriegt man ja nicht mit 100 Spiegelstrichen hin, sondern da müssen sie Klarstellung beziehen. Und deswegen haben wir ein Programm gemacht, was sehr klar ist. Unsere 5 Bs für Berlin. Bauen von Wohnung und öffentlichen Nahverkehr. Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und Berlin in Sicherheit. Das Ganze hat ein Dach. Das ist die klimafreundliche, familienfreundliche, zukunftsfähige und vielfältige, lebenswerte Stadt Berlin. Und das ist unser Programm in Kurzfassung, sage ich mal. Und insofern ist das ja etwas, was ganz normal ist, dass man jetzt auch mal sagt, was ist denn eigentlich das originäre Programm? Wir machen ja keinen Koalitionswahlkampf, sondern schon einen Wahlkampf, wo jeder auch für seine eigene Programmatik antritt. Ihr Slogan auf den Plakaten heißt ganz sicher Berlin. Das ist Sicherheitspolitik eigentlich gar kein großes Thema im Wahlkampf. Und nebenbei noch eins, wo Ihr bisheriger Innensenator das ja eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut gemacht hat. Was wollen Sie denn da noch besser machen? Zunächst einmal ist mir wichtig, dass wir den Begriff von Sicherheit weiterfassen. Der Begriff von Sicherheit ist nicht nur eine Frage von innerer Sicherheit, sondern es geht um soziale Sicherheit und auch innere Sicherheit. Und soziale Sicherheit heißt, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können, dass wir etwas tun gegen Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, dass wir etwas tun dafür, dass Menschen in einer Stadt leben können, wo sie nicht Angst haben, dass sie sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Dass genügend Wohnraum da ist, dass wir dafür sorgen, dass Menschen, die in einer schwierigen sozialen Lage sind, eine gute Zukunftsperspektive bekommen. Das ist soziale Sicherheit. Und aber auch, und das muss ich Ihnen sagen, das Thema innere Sicherheit ist eins, was damit zu tun hat, das sagen ja dann viele, ja, wieso ist doch gar kein sozialdemokratisches Thema. Wissen Sie, ich möchte dafür sorgen, dass jede Berliner und jeder Berliner sich an jedem Ort der Stadt sicher fühlen kann und gerade diejenigen, die sich Sicherheit nicht kaufen können. Wenn Sie in einer Villa in Zehlendorf leben und mit Ihrem SUV in den kameraüberwachten Bereich Ihres Grundstücks fahren, dann haben Sie sich Sicherheit gekauft. Wir müssen dafür sorgen, dass auch die Krankenschwester, die um Mitternacht nach der Schicht am Cottbusser Tor umsteigt, sich genauso sicher fühlen kann. Und das ist etwas, was ursozialdemokratisch ist, für die Sicherheit derer zu sorgen, die sie sich selbst nicht kaufen können. Über soziale Sicherheit, Mieten und so weiter, Löhne in Berlin, die reden wir gleich noch. Ich will bei dem Thema innere Sicherheit noch mal bleiben. Da haben Sie als Bürgermeisterin von Neukölln schon angefangen damals mit den Razzien in Shisha-Bars und mittlerweile werden die auch in anderen Unternehmen durchgeführt, von Ihrem Nachfolger Martin Hiekel in Neukölln, auch in anderen Bezirken. Was hat das denn an Sicherheit gebracht, außer dass in der Folge sich eine große Minderheit Arabischstämmiger, ein großer Teil der arabischstämmigen Minderheit in Berlin grundsätzlich als kriminell verunglimpft sieht? Ich will dazu sagen, dass das, was Sie jetzt hier in dieser Form beschreiben, ja nicht das ist, was mit den Schwerpunkteinsätzen, die gemacht werden in Neukölln, wirklich passiert, sondern es geht darum, dass wir dort, wo wir wissen, dass kriminelle Handlungen passieren, dass wir sowohl Drogenhandel als auch Prostitution, Menschenhandel, Gewalt vor allen Dingen auch gegen Frauen erleben, dass dort Schwerpunkteinsätze stattfinden. Das kann auch mal eine Shisha-Bar sein, das kann aber auch ein anderer Ort sein, wie zum Beispiel ein Bordell, in dem aufgeklärt wird, dass dort Frauen, die überhaupt keinen Schutz haben und hier irgendwie hergebracht worden sind, hochverschuldet sind, in einer katastrophalen Lage sind und wo dann gemeinsam dagegen vorgegangen wird. Dort, wo Geldwäsche, Prostitution, illegale Geschäfte mit Drogen und so weiter passieren und wo ein Verdacht darauf ist, zusammenzuarbeiten. LKA, die örtliche Polizei, das Ordnungsamt, das Gewerbeamt, teilweise auch das Jugendamt, wenn es um Jugendschutzpflichten und so weiter geht. Das hat das gebracht, dass eben wirklich auch Straftaten aufgeklärt worden sind, dass solche Dinge auch, dass Menschen, die Täter gewesen sind, auch habhaft gemacht wurde und ich finde es richtig, wenn wir wissen, wir haben dort Kriminalitätsschwerpunkte, auch dagegen entsprechend vorzugehen. Das hat überhaupt nichts mit Verunglimpfung von bestimmten Gruppen zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass man vorgeht gegen organisierte Kriminalität, gegen Drogenhandel, Menschenhandel, Prostitution, Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung. Das sind doch Dinge, die können wir nicht einfach so laufen lassen in unserer Stadt und da ist es mir ehrlich gesagt auch dann, es ist dann an der Stelle nicht entscheidend, wo die Herkunft der Täter liegt, sondern Fakt ist, dass es Orte gibt, an denen das passiert. Und wenn wir davon Erkenntnisse haben, finde ich es richtig, hinzuschauen und dann auch Täter, die das tun, dafür zur Verantwortung zu ziehen. Sie reden jetzt von organisierter Kriminalität. Im allgemeinen Sprachgebrauch geht es um kriminelle arabische Clans. Da ist es kein Wunder, dass viele Leute das persönlich nehmen. Wissen Sie, wenn wir eine Situation haben, in der wir, weil wir fürchten, dass Menschen etwas persönlich nehmen, nicht mehr gegen Kriminalität vorgehen, weil wir glauben, dass wir damit eine bestimmte Gruppe vorverurteilen, dann ist die Alternative dazu, diese Kriminalität gewähren zu lassen. Und das ist für mich keine Option. Und Sie haben ja am Anfang so einen schönen Einstieg gehabt, Frau Wirth, die Einbürgerungsfeiern. Ich habe in meiner Zeit als Bürgermeisterin 3000 Menschen eingebürgert. Ich habe 3000 Menschen den Eid auf unsere Verfassung abgenommen, mich gemeinsam mit ihnen gefreut. Wir haben die Hymnen ihrer Ursprungsländer gespielt und gemeinsam die deutsche Hymne gesungen. Wir haben Brot und Salz geteilt. Ich habe ihnen gratuliert. Ich habe heute gerade einen getroffen, den ich vor ein paar Jahren eingebürgert habe, der sich heute noch freut und sich erinnert daran. Und das ist Wertschätzung für Menschen, die hier in unserem Land ankommen, die ihrer Arbeit nachgehen, die für ihre Kinder sorgen, die hier sich gut integriert haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben im deutscharabischen Zentrum, überall dort, wo Integrationsarbeit geleistet wird. Das sind die, die auch wollen, dass die anderen, die sich nicht nach Recht und Gesetz verhalten, nicht einfach gewähren können, weil sie sagen, wir sind quasi mit in derselben Schublade. Ich kenne viele, die ich auch persönlich getroffen teilweise eingebürgert habe, die sagen, wir wollen auch, dass gegen die Kriminalität was unternommen wird. Und wir fühlen uns dadurch nicht beschädigt, sondern wir fühlen uns beschädigt, wenn wir in die gleiche Schublade gesteckt werden. Und so viel differenzieren müssen wir schon. Aber die Alternative kann nicht sein, dass wir einfach nichts mehr machen dagegen. Da haben Sie mir ein schönes Stichwort gegeben für meine nächste Frage, ganz mit den Einbürgerungsfeiern. Es gibt viele Leute, die nicht Deutscher, nicht Berliner Herkunft sind, die sich aus verschiedenen Gründen nicht einbürgern lassen können, nicht einbürgern lassen wollen. Ihr gutes Recht. Wir haben Wahlbezirke in Berlin, da dürfen 60 Prozent der über 18-Jährigen nicht mitwählen. Die sind übrigens erstaunlicherweise auch nicht in Neukölln, wie wahrscheinlich viele denken, sondern in Lichtenberg und in Wedding. Neukölln ist aber natürlich auch relativ weit oben mit dabei. Gesamt in Berlin betrifft das 30 Prozent der erwachsenen Menschen, die bei der Abgeordnetenhauswahl nicht mitwählen dürfen. Auch in diesem Jahr steht im Wahlprogramm der SPD das kommunale Wahlrecht, das Sie einführen wollen. Ich glaube, ich habe es das erste Mal in den 80er Jahren in einem Wahlprogramm der SPD gelesen. Kommt es jetzt wirklich? Wir haben uns vorgenommen, in unserem Wahlprogramm sehr viele Dinge zu tun. Und ich habe auch die Absicht, so viel wie möglich von diesem Wahlprogramm tatsächlich umzusetzen. Es ist mit über 90 Prozent der Stimmen auf dem Landesparteitag beschlossen worden. Und ich finde schon, dass das, was wir uns vornehmen, auch das Ziel haben sollte, umgesetzt zu werden. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe in meiner Zeit als Bundesministerin ja auch einen ganzen Katalog an Aufgaben bekommen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich 100 Prozent dieses Aufgabenkatalogs durchs Kabinett und am Ende auch durch Bundestag und Bundesrat bekommen habe. Ich kann deshalb 100 Prozent Bundestag und Bundesrat sagen, weil vor zwei Tagen in der Nacht im Vermittlungsausschuss der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter geeint worden ist. Und damit ist die Liste der erfüllten Aufgaben aus dieser Zeit komplett. Also das ist etwas, ja, finde ich also nicht so schlecht. Und ich finde, dass wir diesen Anspruch haben sollten. Aber natürlich hängt auch alles, was Sie machen wollen, was sich eine Partei vornimmt in einem Wahlprogramm, immer auch davon ab, wie ist es mit den entsprechenden Partnern, mit denen man Dinge tut und wie kann man in einer Koalition Dinge auch voranbringen. Und das müssen wir sehen. Das wird davon abhängen, wie wir hier auch überhaupt die Möglichkeit bekommen, nach der Wahl mit einem starken Mandat diese Dinge tun zu können und SPD pur auch umsetzen zu können. Mit einer Rot-Rot-Grünen-Koalition wäre das wohl kein Problem. Und wenn es seit den 80ern dürfte das Thema auf der To-Do-Liste der SPD ja sehr weit nach oben gerutscht sein. Es gibt viele Dinge, die wir uns vornehmen und viele Dinge, die auch geschafft worden sind. Es hat dann immer verschiedene Gründe, warum Sachen auch nicht funktionieren. Ich finde, dass wir insgesamt nach dem Wahlergebnis uns anschauen sollten, alle Prioritäten, die wir haben, alle Vorhaben, die wir haben und dann auch schauen, wie wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten können. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf einen Aspekt zurückkommen, den Frau Fürth gerade eben erwähnt hat, nämlich Innensenator Geisel hat ja, was Sicherheit angeht, einen ziemlich guten Job gemacht. Das bescheinigt ihm so ziemlich die Opposition wie auch die Regierungspartner. Ich ihm auch. Ich frage mich so ein bisschen, ob Sie mit Ihrem SPD pur, was Sie jetzt vertreten, nicht auch die eigene ehemalige Koalition oder die eigenen Mitglieder, die SPD-Mitglieder im Senat kritisieren. Also Sie könnten ja auch sagen, wir haben da eine super Arbeit gemacht, wir können das rausstellen, wir haben was erreicht in dieser Koalition. Aber Ihr Auftreten suggeriert, dass die SPD, die in den letzten fünf Jahren mitregiert hat und zwar den Regierenden Bürgermeister erstellte als stärkste Partei, eigentlich nicht das vertreten hat, wofür die SPD steht. Das finde ich überhaupt nicht. Also wenn Sie sich mal angucken, was wir in unserem Wahlprogramm im Kapitel Innere Sicherheit, soziale Sicherheit drinstehen haben, dann basiert das und baut auf, auf den Leistungen, die Andreas Geisel zum Beispiel als Innensenator auch erbracht hat. Wir haben in dieser letzten Legislatur über 2000 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Das ist so viel wie noch in keiner Legislatur davor. Deshalb wiederhole ich auch an jeder Stelle, wo es geht. Und das, was Andreas Geisel auch mit dem Projekt COP100 zum Beispiel vorangebracht hat, ist ja total positiv für Berlin. Da müssen wir darauf aufsetzen. Auch das Thema Digitalisierung der Verwaltung, das liegt ebenfalls in seinem Bereich. Das sind Punkte, wo wir auch noch zu tun haben. Es geht darum, dass wir die Dinge, die jetzt angeschoben worden sind, mit einer Kontinuität versehen, aber natürlich auch klar sagen, wo sind die zusätzlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber nochmal mit Ihrer Abgrenzung. SPD pur kommt jetzt mit Frau Giffey. Sagen Sie doch mehr oder weniger, was bisher war, war halt gefärbt. Nein, das sage ich nicht. Ich sage Ihnen, wir haben ein Wahlprogramm beschlossen. Und das ist das, was die SPD möchte. Basierend auf dem, was wir auch schon gemacht haben. Vielfach wird ja immer gesagt, ja, hier, was in Berlin alles nicht läuft oder dies und jenes. Ich sage dann auch immer, wir haben eine Stadt, die zu den attraktivsten Europas und der Welt gehört. Menschen kommen hierher, weil sie gerne hier leben wollen, weil es eine Stadt der Freiheit ist, weil jeder hier so leben und auch so lieben kann, wie er oder sie es möchte. Und es sind viele Dinge, die Gesundheitsstadt Berlin, die Wissenschaftsstadt Berlin, unsere Kultur, einzigartige Möglichkeiten, die sich hier bieten. Wir haben als Technologiestandort, als Standort mit der größten Start-up-Szene Europas, Rahmenbedingungen geschaffen für Innovation und Entwicklung. Auf die müssen wir aufbauen. Und das sind gute Dinge, die erreicht worden sind. Und auch diejenigen, die im Bildungsbereich mir sagen, ach ja, da ist ja noch was offen und ist ja alles ganz schwierig und sich da immer beschweren und beklagen, denen muss man vielleicht auch mal sagen, wenn man ein bisschen im Bundesgebiet unterwegs ist. Und ich bin sehr viel im Bundesgebiet unterwegs gewesen die letzten drei Jahre. Ich durfte mir so Highlights anhören wie, also bei uns ruht der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz über Mittag. Oder in Nordrhein-Westfalen, ja, Kita-Platz, 1.500 Euro im Monat, ist aber das Essen schon mit drin. Ich habe dann immer gefragt, sag mal, was gibt es denn bei euch zu essen? Und genauso Ganztagsschule, wir haben ja, gerade habe ich das erwähnt, der Ganztagsanspruch, da sagen die Berliner, ja, wieso denn? Also bei uns sind doch schon 80, 90 Prozent der Kinder im Hort, ist doch nichts Besonderes. In anderen Teilen Deutschlands ist die Grundschule der Ganztag dreimal die Woche bis 14.30 Uhr. Da fragt man sich dann, warum die Erwerbsquote der Mütter so gering ist. Das ist in Berlin anders. Und das sind Erfolge, auch dass die Kinder hier nicht hungern müssen, sondern alle ihr kostenloses Mittagessen kriegen. Dass sie alle ihre kostenlose Schülerfahrtkarte haben. Das ist einzigartig in Deutschland. Und das sind Dinge, die erreicht worden sind. Auch von der SPD, von dieser Koalition. Und darauf können wir auch stolz sein. Da müssen wir uns das auch nicht schlechtreden lassen. Heißt aber nicht, dass ich nicht auch sage, wir haben auch noch ein paar Sachen zu tun. Und dass wir als SPD unser Programm klar benennen und dann das auch vertreten, ist ein völlig natürlicher Vorgang, machen die anderen Parteien im Übrigen auch. Wo wir gerade bei der Bildungspolitik sind, der Bildungsbereich in Berlin gehört ja zu den am stärksten kritisierten Politikbereichen. Man kann relativ wenig richtig machen. Trotzdem hat die SPD es sich nicht nehmen lassen, die letzten 25 Jahre die Bildungssenatorin oder den Bildungssenator zu stellen. Sie werben jetzt im Wahlkampf mit dem Slogan Digitalisierung für alle Klassen. Digital in allen Klassen. Wo ist denn die Digitalisierung in den letzten 25 Jahren gewesen, die Sie jetzt einfordern? Also 25 Jahre, ich sage mal, wann hatten Sie Ihr erstes Smartphone? Also vor 25 Jahren war das Thema Digitalisierung überhaupt noch gar nicht so präsent für uns alle. Internet gab es schon. Naja, aber das war... Kein Neuland mehr. Ja, ich sage mal, wir waren vor 25 Jahren in einer völlig anderen Digitalisierungssituation, als wir sie heute haben. Und natürlich hat die Pandemie auch nochmal besonders gezeigt, dass wir dort Lücken haben und auch da ein ganz großer Schwerpunkt liegen muss für die kommende Zeit. Ich finde es aber immer ganz schwierig, wenn man so tut, als wäre hier gar nichts passiert. Alles große Katastrophe. So ist es nicht. Ich war selber fünf Jahre Bildungsstadträtin in Neukölln. Ich war für 60 Schulen verantwortlich, 30.000 Schülerinnen und Schüler bei uns im Bezirk. Ich kann Ihnen sagen, wir hatten vor fünf, sechs Jahren schon kreidefreie Grundschulen im Bezirk, die in jedem Klassenraum ein interaktives Weitbot haben. Wir haben das unterstützt mit dem IT-gestützten Lernen. Die Senatsverwaltung hat Programme dafür gemacht. Und es gab aber, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, auch Schulleiter, wenn ich denen angeboten habe, wollen wir mal nicht mal ein interaktives Whiteboard, dann haben die mir gesagt, wissen Sie, Frau Giffey, wir haben schon genug andere Probleme. Jetzt nicht auch noch ein interaktives Whiteboard. Vielleicht hätten Sie einfach Sorge, dass keiner das Ding reparieren kann, wenn es mal kaputt ist. So, das ist natürlich einer der Punkte. Wer unterhält die Dinger? Wer sorgt dafür, wenn die Lampe kaputt ist vom BIMA und so weiter? Wer kann in der Schule eigentlich mit diesen ganzen IT-Sachen umgehen? Also das Reinhängen, das Ausstatten der Schulen ist ja nicht alles. Es braucht das Medien-IT oder ein Konzept für das IT-gestützte Lernen. Und dann braucht es auch die Wartung und Wartungskosten. Das haben wir als Schulträger bereitgestellt an ganz vielen Stellen. Und trotzdem gibt es in Abhängigkeit davon, wie die Schulleitung auch drauf ist, muss man auch sagen, es gibt Schulleiter, die sagen, okay, ich suche mir Partner, die das mit uns machen. Wir haben Medienpartnerschaften mit Firmen, die das machen. Wir haben eine Bereitschaft, unsere Lehrerinnen und Lehrer auf Fortbildung zu schicken. Wir haben selber Lust darauf. Diese Schulen sind schon heute kreidefrei. Aber es gibt andere, die wie beschrieben sagen, wir haben schon genügend andere Probleme. Und da müssen wir ran. Wir müssen da ran, zu sagen, das ist nicht zum Aussuchen, sondern alle müssen das machen. Und dafür brauchen wir Lehrerfortbildung, die entsprechende Ausstattung. Das ist auch möglich. Wir haben den Digitalpakt Schule auf Bundesebene. Da beginnt die Umsetzung. Das müssen wir mit aller Kraft voranbringen, dass dieser Digitalpakt Schule auch läuft, dass wir WLAN in allen Schulen bekommen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben jetzt übrigens, sind wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, werden wir für alle Lehrerinnen und Lehrer ein entsprechendes mobiles Endgerätausstattung haben. Das ist erst mal gut so. Und das muss für die Schülerinnen und Schüler auch passieren. Und ich finde wichtig, dass wir den Schub, den wir jetzt aus der Pandemie mitbekommen haben, da haben ganz viele Schulen sich auf den Weg gemacht. Ich habe letztens mit dem Schulleiter gesprochen, der sagt, wir haben jetzt endlich unsere Lernplattform. Hätte ich normalerweise nie durchgekriegt so schnell. Aber bei der Pandemie mussten wir ja. Und das war auch gut so. Und jetzt ist es wichtig, dass wir nicht zurückfallen in so ein, naja, ist ja wieder alles wie immer, brauchen wir nicht mehr. Aber die Gefahr besteht. Ja, die Gefahr besteht teilweise, also es kommt darauf an. Sondern es muss so sein, dass eben der Präsenzunterricht qualitativ gut ist, aber dass eben auch dieses hybride Lernen ganz normaler Bestandteil wird, dass die Kinder ihren Online-Zugang haben, dass sie ihre Lernplattform haben, dass sie ihr Padlet haben, wo sie, also quasi den elektronischen Schreibtisch, das haben Schulen schon gemacht. Ich bin selber Mutter eines Zwölfling, ich habe das alles miterlebt. Und wenn ich sehe, wie die Schulen und ganz normale Schule, ja nicht, dass hier irgendjemand denkt, normale öffentliche Schule, Durchschnitt, zig, also so. Und ich finde, das, was da im letzten Jahr passiert ist und wie sich Lehrerinnen und Lehrer und Schulen auch auf den Weg gemacht haben, das verdient auch mal Anerkennung. Und uns hilft es allen nicht weiter, immer zu sagen, ach, die sind so schlecht und das ist ja alles ganz furchtbar. Wir müssen dort unterstützen, wo nicht genügend Bereitschaft ist oder wo nicht genügend Ausstattung ist. Wir müssen die nach vorne stellen, die schon als Vorreiter vorangehen und die Beispiele sein können. Stichwort kann ich Ihnen empfehlen, Hermann-Null-Schule Neukölln haben sich um den Deutschen Schulpreis schon vor x Jahren beworben mit genau diesen IT-gestützten Lernkonzepten. Es gibt sie, wir müssen sie in die Breite bringen und überall zum Standard machen. Wer ist denn der Schulsenator, die Schulsenatorin in ihrem Schattenkabinett? Ach, Frau Wirt, es ist ein schöner Versuch, aber wir machen keine Postenvergabe vor dem Wahlergebnis. Das werde ich auch hier an dieser Stelle nicht tun. Was ja schon bekannt ist, dass wir auf jeden Fall eine Neubesetzung des Ressorts haben werden, weil Frau Schieres ja nicht mehr weitermachen wird. Insofern wird es da, so viel ist bekannt, eine Veränderung auch geben. Wie die aussieht, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich habe gefragt, weil wir immer hören, dass es keiner machen möchte in der SPD. Ja, hören Sie das? Och, weiß ich nicht. Ich glaube, es findet sich schon jemand. Wir haben ja im Prinzip... Nein, ach meine Güte, jetzt habe ich wieder was Falsches gesagt. An die Chat-Gemeinde, bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß, da ist sofort Verhetzungspotenzial für den nächsten Schützturm. Aber ich sage mal, was heißt das? Nein, ich meine das ganz ernst. Ich wollte gerade antümpfen, dass wir eigentlich 3,7 Millionen Schulexperten hier in dieser Stadt haben. Oder vielleicht ein bisschen weniger, aber abgezogen die Kinder unter sechs oder so. Aber jeder, der zur Schule gegangen ist, kann ja was dazu sagen. Und insofern wird es immer eine Aufgabe sein, die nicht von voller Dankbarkeit geprägt ist. Weil es nun mal so ist, dass das Thema Schule unterschiedlich gesehen werden kann. Und Menschen immer auch anderer Meinung, das ist so der Klassiker, du kannst es nicht allen recht machen. Und trotzdem müssen wir gucken, und das werden wir dann auch, wenn es soweit ist, dass wir wirklich jemanden finden, der mit aller Kraft, mit Herzblut, mit Erfahrung und Kompetenz dieses Ressort verantwortungsvoll leiten kann. Und wer das dann ist, das werden Sie dann zu gegebener Zeit erfahren. Wir sind gespannt. Und dann wollen wir mal kommen zu den Themen, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Soziale Themen, soziale Sicherheit, Mieten, Einkommen in Berlin. Und jetzt muss ich tatsächlich mal ein bisschen aus Ihrem Wahlprogramm zitieren. Da steht unter anderem drin, wir wollen Berlin zur führenden Demokratiestadt entwickeln. Es steht auch drin, wir setzen uns dafür ein, dass alle Berlinerinnen bei Volksentscheiden mitwirken können. Dies bezieht auch die Teilnahme an Bürgerentscheiden ein. Alle Berlinerinnen. Sie wollen das Ergebnis des Volksentscheids, wenn es ein positives ist, deutsche Wohnen enteignen, falls es bei der Wahl entsprechend viel Stimmen der Berlinerinnen und Berliner bekommt, aber nicht umsetzen. Wie passt das denn zusammen? Ich bitte Sie an dieser Stelle um eines, dass endlich aufgehört wird, Narrative zu verbreiten, die nicht stimmen. Ich habe an keiner Stelle, das können Sie gerne nachvollziehen, gesagt, dass ich das nicht umsetzen will. Sondern ich bitte darum, und ich nutze jetzt auch dieses Forum dazu, das richtig zu stellen. Ich hoffe, dass dann auch alle Beteiligten mal aufhören damit. Selbstverständlich muss mit jedem Volksentscheid respektvoll und verantwortungsvoll umgegangen werden. Das habe ich auch an jeder Stelle betont. Und das werde ich auch tun mit einem Ergebnis dieses Volksentscheides. Es ist so, dass wenn ein Volksentscheid positiv ausgeht, eine rechtliche und verfassungsmäßige Prüfung einsetzt über eben die materiell-rechtliche Prüfung, die Frage ist, ist das verfassungsgemäß, welche Dinge sind dabei zu achten, wie kann man die Umsetzbarkeit entsprechend auch überprüfen. Dieses, was dann einsetzen muss, bei jedem Volksentscheid, das ist auch bei dem Volksentscheid über Tegel so gewesen, diese rechtliche Prüfung, was dann folgen muss, wird selbstverständlich in aller Verantwortung und auch in der Art und Weise, wie das sich gehört, gemacht werden. Aber ich will noch mal differenzieren. Der Inhalt dieses Volksentscheides und das, was damit erreicht werden soll, ist für mich nicht die Lösung auf die große Frage des sozialen Wohnens. Und ich finde, wir müssen hier differenzieren. Das eine ist, wie geht man mit einem positiven Ergebnis um und das andere ist, wie positioniert man sich zum Inhalt. Es haben sich alle dazu positioniert. Ich bin dazu auch gefragt worden. Ich habe gesagt, ich halte Enteignungen nicht für das richtige Mittel. Die große Frage des bezahlbaren Wohnens und vor allen Dingen 0,8 Prozent Leerstand zu lösen. Wir brauchen einfach mehr bezahlbaren Wohnraum und den müssen wir bauen, weil in den 240.000 Wohnungen, die da enteignet werden sollen, wohnen ja schon Menschen drin. Das heißt, die, die jetzt eine Wohnung suchen, haben davon gar nichts. Es entsteht keine einzige neue Wohnung. Es kostet aber Milliarden Euro, die wir dann nicht einsetzen können, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Darf ich ganz kurz nachfragen, der Begriff rote Linie, den ziehen Sie zurück? Ich habe das im Kontext gesagt und das Erste, wenn Sie sich das ganze Interview ansehen, beim RBB war das ja beim Inforadio, dann habe ich als erstes den Satz gesagt, dass wir natürlich respektvoll mit diesem Volksentscheid umgehen, verantwortungsvoll in der Form, wie ich es Ihnen geschildert habe. Es kann ja auch sein, dass dieser Volksentscheid negativ ausgeht. Und dann kann es immer noch sein, dass auch dann in Koalitionsverhandlungen Parteien darauf beharren, diese Enteignung zu machen. Und dann ist das für mich ein Punkt, an dem ich sage, das ist etwas, was ich nicht befürworte, weil ich sage, wenn wir hier über Entschädigungsleistungen von über 30 Milliarden Euro sprechen, dann müssen die irgendwo herkommen. Und das ist eine Riesensumme, so viel wie ein ganzer Berliner Landeshaushalt, der dann eben nicht aufgebracht werden kann für all die vielen Fragen, über die wir heute schon gesprochen haben. Und der größte Kritikpunkt, es entsteht keine einzige Wohnung und es wird pauschal agiert. Die, die mehr als 3.000 Wohnungen haben, sollen enteignet werden. Das finde ich nicht richtig, weil es nämlich suggeriert, dass jemand, der mehr als 3.000 Wohnungen hat, sich unfair am Vermietermarkt verhält. Das ist bei vielen aber nicht der Fall. Es gibt umgekehrt andere, die viel weniger Wohnungen haben, aber in schlimmen Vermietungspraktiken, Wuchermieten, spekulative Geschichten und auch eben Nebenabreden, die unseriös und agieren. Dagegen muss man gezielt vorgehen, auch mit Sanktionen. Aber pauschal zu sagen, weil einer mehr als 3.000 Wohnungen hat, wird der enteignet, das finde ich nicht in Ordnung, nicht gerecht und auch nicht zielführend. Der Senat will jetzt gerade 15.000 Wohnungen von Monovia kaufen für einen Preis, der so zwischen 2 und 3 Milliarden Euro liegt. Das ist, wenn man es hochrechnet, genau die Summe, die für 240.000 Wohnungen bei einer Enteignung gezahlt werden würden. Das heißt, die Kategorie, die Preisklasse, die wäre durchaus machbar, wenn man den Senat oder die Senatspolitik verfolgt. Und auch durch diese Wohnungen, die da gekauft würden, würde natürlich keine einzige neue Wohnung entstehen. Sie würde aber in Landeshand kommen und man hätte die Möglichkeit, auf die Preisentwicklung einzuwirken. Also dieses Argument natürlich entsteht durch einen Volksentscheid, der enteignet oder das Enteignung zum Ziel hat, die dann umgesetzt wird, keine neue Wohnung. Aber es ist ja auch nicht ein Entweder-oder. Es geht ja darum, Wohnungen zu bauen und es geht darum, Wohnungen oder die Möglichkeit, die Kontrolle der Mietenentwicklung in vielen Wohnungen zurückzukriegen, um auf dieses gesamte Marksegment einwirken zu können. Also dieses Argument, diese Dichotomie, die da immer aufgemacht wird. Naja, Moment mal, Sie machen auch gerade eine Dichotomie auf, wenn man das mal in dem Sinne verstehen kann. Es gibt einen großen Unterschied, ob sich zwei einigen, was zu verkaufen. Also wenn ich Ihnen was abkaufe, dann müssen Sie ja auch erst mal mir was verkaufen wollen. Ja, das ist ein großer Unterschied, ob ich jemanden enteigne gegen seinen Willen oder ob ich sage, wir machen einen Kaufvertrag zusammen. Und in dem Sinne finde ich es schon gut, wenn wir sagen, wir erhöhen, das ist ja auch ein Ziel der SPD, wir wollen den Bestand der städtischen Wohnungsbaugesellschaften erhöhen. Der liegt jetzt bei um die 350.000, 370.000, wir wollen auf 400.000 kommen und perspektivisch auf eine halbe Million. Das kann durch zwei Dinge passieren, durch den Ankauf von Wohnungen, so wie es jetzt hier geschieht, oder auch eben durch den Neubau von Wohnungen. Und das kann man aber nicht bis zum Exzess treiben, denn es ist ein großer Unterschied, ob ich für zwei Milliarden Euro das tue oder ob ich hier über über 30 Milliarden Euro spreche. Und 30 Milliarden, wissen Sie, ich war letztens in einer Schule, Oberstufenzentrum, diese Meitner Neukölln, gerade frisch neu gebaut. Top-Schule, super, kann ich nur empfehlen. Chemie, Physik, Biologie, tolle Labore, habe mit den Schülern auch diskutiert dort. Und da ging es ja auch darum, wie man dazu steht. Und ich habe die Schüler gefragt, sag mal, wisst ihr eigentlich, was diese Schule jetzt hier, diese quasi Universität Neukölln gekostet hat? Wussten die natürlich nicht. 60 Millionen Euro. So, wir reden hier über 30.000 Millionen Euro. Das ist eine so utopische Summe. Und es passiert dadurch keine Verbesserung. Es passiert ein Eigentümerwechsel von Wohnungen, die jetzt eine Durchschnittsmiete haben von 6,71 Euro. Das ist nicht hier im 14,18 sonst was Euro Bereich, sondern 6,71 Euro Durchschnittsmiete. Und da kann man doch nicht allen Ernstes sagen, also, wenn die dann den Eigentümer gewechselt haben, dann machen wir, senken wir die Mieten auch noch. Dann ist es nicht mehr kostendeckend. Dafür kann keiner diese Wohnungen unterhalten. Und ich finde, diese Erwartungshaltung, die damit geschürt wird, auch bei den Leuten, die gar nicht in diesen Wohnungen wohnen, die dann sagen, oh, ich muss ja hierfür enteignen sein, damit meine Wohnung billiger wird. Das ist doch eine vollkommen schräge Erwartungshaltung, die damit produziert wird. Weil sie ja gar nicht damit das bewirken können. Natürlich können sie das bewirken. Also wenn das Land Berlin wieder in der Möglichkeit ist, den Preis, also regulierend auf den Preis einzuwirken, dann kann man natürlich auf den... Was heißt denn das? Wollen Sie denn die Mieten von 6,71 Euro nochmal senken? Das ist ja eine Durchschnittsmiete. Aber jede Miete, Sie wissen doch auch, jede Wohnung, die neu vermietet wird, die wird nicht für 7 Euro angeboten und auch nicht für 10 Euro, sondern inzwischen für 12 bis 15 Euro pro Quadratmeter. Also wenn diese Durchschnittsmieten, klar, die sind da, aber die Leute, die eine Wohnung haben wollen, eine neue, und darauf wollen sie auch immer hinaus, sie sagen ja immer, wir wollen Wohnungen schaffen für die Menschen, die neu nach Berlin kommen. Ja, aber in den 240.000, die enteignet werden, leben doch schon Leute, die haben doch eine feste Miete. Aber wir müssen doch irgendwann wieder hinkommen, dass die Leute umziehen können. Aber wenn sie 0,8 Prozent Leerstand haben, wo sollen die denn hinziehen? Also ich frage jetzt nur mal, wissen Sie, wenn Sie 0,8 Prozent Leerstand haben und Sie wollen, dass die Leute auch mal wieder umziehen können, na, dann müssen Sie Wohnungen bauen und zwar 20.000 im Jahr. Und da müssen wir darauf achten, dass jeder, der hier neue Wohnungen baut, in dieser Stadt auch einen Anteil bezahlbaren Wohnraums und sozialer Infrastruktur schafft. Und das kriegen wir auch nicht alleine hin. Die städtischen schaffen 6.000 bis 9.000 im Jahr, die Genossenschaften 1.000 bis 3.000. So, da sind wir noch nicht bei 20.000, die wir brauchen. Also muss man anerkennen, dass wir zusammenarbeiten müssen mit den privaten Wohnungsbauunternehmen, die genauso auch einen Beitrag leisten müssen. Die können wir aber nicht immer in die Feindeskiste stecken, sondern wir müssen die in die Pflicht nehmen und sagen, pass mal auf, jeder, der auch Privatwohnungen baut, der muss entsprechend auch einen Anteil bezahlbaren Wohnraums machen. Nach festen Regeln. Bin ich total dafür. Passiert doch schon die ganze Zeit. Aber nur so werden wir das hinkriegen. Passiert doch schon seit Jahren, aber es ändert ja nichts am Markt. Naja, wissen Sie, also ich sage mal, wir brauchen auch eine Haltung in der Stadt, die natürlich Hürden abbaut beim Thema Wohnungsbau. Und wenn eben Baugenehmigung und alle Verfahren ewig dauern und man eher noch den Leuten, die was bauen wollen, Hürden in den Weg legt, dann ist es nicht hilfreich. Und mich besorgt es schon, dass wir im ersten Halbjahr 2021 einen Rückgang der Baugenehmigung haben um 25 Prozent in Berlin. Da mache ich mir Sorgen, weil das, was jetzt nicht genehmigt worden ist, wird uns in absehbarer Zeit natürlich auch nicht als Bau fertig daliegen. Und das, was im vorletzten Jahr fertig wurde, 18.999 Wohnungen in 2019, das ist Ernte aus den Baugenehmigungen der vorhergehenden Legislatur. Und wir müssen wieder dahin kommen. Schneller bauen, schneller genehmigen, mehr bauen und genehmigen, damit wir die 20.000 im Jahr auch schaffen. Ein letzter Satz. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, bevor unsere Zeit nämlich gleich abgelaufen ist. Und das Publikum ja auch noch Fragen stellen soll und die Leute, die uns online zu sehen auch. Es gäbe ja noch einen anderen Trick, um die Leute in die Lage versetzen, Wohnungen anzumieten und sich Mieten leisten zu können. Nämlich die in Berlin wirklich unterdurchschnittlich niedrigen Gehälter ein bisschen in die Höhe zu kriegen. Hier gibt es, das muss man ja auch mal sagen, 57 Prozent der Berlinerinnen und Berliner haben Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. 30 Prozent Sozialwohnungen im Neubau ist insofern wirklich niedrig angesetzt. Was wollen Sie denn dafür tun, dass diese Menschen mal so viel verdienen, dass sie gar nicht mehr WBS berechtigt sind? Also natürlich ist das, was sozusagen an die Ursache rangeht, warum können sich Menschen ihre Wohnung nicht leisten, hat was damit zu tun, wie hoch ist das Einkommen. Und man kann unterstützend eingreifen, ist ja auch gemacht worden mit der Erhöhung des Wohngeldes, das ist ein letztendlich Versuch, eine Situation, die ungut ist, zu verbessern, aber es geht da nicht an die Ursache ran. Die Ursache sind in der Tat die Einkommen. Und deshalb ist ja auch der Einsatz richtig, auch von Seiten der Bundes-SPD. Olaf Scholz tritt ja dafür sehr stark ein, eben den Mindestlohn von 12 Euro in allen Bereichen auch durchzusetzen. Das finde ich richtig. Wir haben hier in Berlin ja einen Vergabemindestlohn, der schon darüber liegt. Das ist auch richtig. Den die linke Senatorin Elke Breitenbach durchgesetzt hat? Also die SPD hat sich dagegen nicht gewandt, sondern wir haben uns auch, ich finde jetzt ein bisschen merkwürdig, dass Sie jetzt sagen, also weil die zuständige Senatorin... Ja, wir hatten vorher eine SPD-Arbeitssenatorin, deswegen habe ich es erwähnt. Ja, aber ich kann Ihnen sagen, es ist doch ein Erfolg, wenn in dieser Legislatur sich die Koalition darauf verständigt hat, einen Vergabemindestlohn in einer Größenordnung einzuführen, der da genau dafür sorgt, dass Menschen ihre Wohnung bezahlen können, dass sie von ihrer Arbeit gut leben können. Und das Thema gerechte Löhne, faire Bezahlung ist ein Thema, worum wir uns kümmern müssen. Wir wissen, dass wir hier in Berlin, und das ist sehr erfreulich, eine Start-up-Szene haben, die wirklich mittlerweile 80.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, über 4.000 Unternehmen. Das ist super, finde ich gut. Aber wir wissen auch, dass wir Phänomene haben, wie Panda, Gorilla und Co. Und damit meine ich nicht die nette Sendung aus dem Zoo, sondern ich meine Lieferdienste, die ihre Verdienste und ihre Profite darauf basieren, dass sie Menschen in prekären Verhältnissen anstellen. Und das ist nicht in Ordnung. Dagegen muss auch vorgegangen werden. Und das ist eine Aufgabe, dass wir eben gerade in den Bereichen, wo prekäre Beschäftigung stattfindet, dagegen halten. Und ich finde es gut, dass in dieser Legislatur auch auf Bundesebene, gerade bei den Regelungen für die Paketboten, den Regelungen im Lieferkettengesetz, den Regelungen für die Verbesserung in der Fleischindustrie, die Hubertus Heil als Arbeits- und Sozialminister zu verantworten hat, natürlich Regelungen getroffen und verschärft worden sind, die auch den Berlinerinnen und Berlinern in prekären Verhältnissen zugutekommen. Und das ist etwas, da müssen wir auch weitermachen. Und die SPD als Partei der Arbeit steht dafür, dass wir uns einsetzen für gerechte Löhne, faire Arbeitsbedingungen und auch betriebliche Mitbestimmung, eine enge Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Das ist das, was wir auch in unserem Wahlprogramm verankert haben und was ich auch voranbringen will in einer möglichen nächsten SPD-geführten Landesregierung. Dankeschön. Wir werden es sehen. Wir haben Sie vieles nicht gefragt. Wir fragen noch eins auf jeden Fall. Sie gehören ja zu den Politikerinnen, die eine unheimliche Nähe zu Menschen aufbauen können. Also wenn man sie auf Terminen erlebt, dann sind sie die Franziska von nebenan, hätte man früher gesagt. Wir haben doch hier auch eine ganz nette Unterhaltung, oder? Ja, das ist doch hyper. Genau. Ist das, was bewegt Sie dazu? Also Sie haben ja, als Sie dieses Plakat vorgestellt haben, wo dieser Mensch mit dem Hund sitzt, haben Sie die Geschichte dazu. Das ist Michael aus Nullkönig. Genau, das ist Michael aus Nullkönig. Wir waren in der Neckarstraße, sitzen auf der Treppe vom Eingang, so ein typischer Berliner Altbau. Ja, und dann kam noch der Hund, ne? Genau. Ja. Und wie, also laufen Sie an denen vorbei und sagen, den schnappe ich mir jetzt? Oder ist das Instinkt, dass man als Politikerin merkt, so hier, da kriege ich ein gutes Fotomotiv hin? Oder wie machen Sie das? Naja, so funktioniert das nicht. Also, wissen Sie, das Grundinteresse ist doch erst mal das Interesse am Menschen, dass ich wissen will, wie geht es den Leuten. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Kompass. Deshalb war für mich die Pandemie auch insofern schlimm, weil wenn wir nicht rausgehen können, wenn wir nicht in Kontakt sein können, mit Leuten nicht ins direkte Gespräch kommen, dann verliert man diesen Kompass. Also mir ist es ganz wichtig, diesen Kompass zu behalten. Ich sehe jetzt, wie sie reagieren, ob sie das gut finden oder nicht. Und ich spreche mit den Leuten, um zu erkennen, was wirklich jetzt Sache ist. Und dafür muss man ins Gespräch kommen. Und Comenius hat das ja schon gesagt, das Gespräch ist die Basis des Friedens. Man muss auch mit denen ins Gespräch kommen, die nicht der gleichen Meinung sind, die vielleicht es ganz anders sehen, die vielleicht auch sagen, ich bin total überhaupt nicht mit bei Ihnen. Aber zu schaffen, zu erklären, warum ich eine Position vertrete und auch mir anzuhören, warum jemand anders eine andere Position vertritt, wie er dazu gekommen ist, das finde ich ganz wichtig. Davon lebt Demokratie. Schlimm finde ich es, wenn wir unter die Gürtellinie gehen, wenn wir nicht mehr ordentlich miteinander kritisch diskutieren, sondern wenn Leute glauben, dass sie durch Anschreien, Beleidigung, Hetze, Hass, sonst was, dann mehr Recht bekommen. Und das finde ich, da müssen wir auch wieder zu einer Streit- und Diskussionskultur kommen, die trotzdem wertschätzend und respektvoll ist. Und das vermisse ich manchmal, besonders in den sozialen Medien. Also ich sage mal so, wenn man sich gegenüber ist, ich habe auch mal Leute, die mich da extrem angegangen sind, auch in der Zeit als Ministerin, habe ich einfach mal eingeladen, ins Ministerium. Und das war total bemerkenswert, wie die sich alle wieder so in der Direktbegegnung an ihre Kinderstube erinnert haben. Also plötzlich ging man höflich miteinander um. Und das vermisse ich manchmal in so Chatforen und Diskussionen, wo Leute einfach mal irgendwas reinrotzen. Also anonym, geht da so leicht, ich schreibe da mal irgendeinen Kommentar. Und wir brauchen analog und digital eine Streit- und Diskussionskultur, die respektvoll miteinander umgeht und die auch die Position des anderen wertschätzt. Und ich habe schon oft meine Meinung auch revidiert, wenn mich jemand wirklich überzeugt hat. Ich bin da nicht so festgefahren, zu sagen, ja, ich bin da, aber der Meinung ist mir jetzt völlig egal, was Sie sagen. Ich höre mir das an, auch was Sie heute sagen. Ich denke darüber den ganzen Abend wieder nach. Sehr schön. Ob er da einen Punkt hatte. Und dann überlege ich mir, wie können wir damit umgehen? Und das ist total wichtig, dass wir das machen. Ist es unter der Gürtellinie, wenn Leute Ihnen vorwerfen, dass Sie nach dem Rücktritt wegen Ihrer Doktorarbeit, wegen dem Plagiat Ihrer Doktorarbeit trotzdem hier antreten? Ist es ein Vorwurf, wo Sie sagen, der trifft mich nicht? Also ich sage Ihnen mal Folgendes. Wir haben hier eine Situation, in der ich eine Doktorarbeit geschrieben habe, vor über 15 Jahren. Ich habe fünf Jahre daran gearbeitet. Ich habe die 2010 verteidigt, habe die abgeschlossen mit Magna Cum Laude und ich war immer der Auffassung, diese Arbeit ist Magna Cum Laude, die ist in Ordnung, weil ich sie geschrieben habe. Ist meine Arbeit. Ich habe dafür gearbeitet. Und ich habe das so gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe. 2019 kam ein Vorwurf, der wurde erhoben. Ich habe über eine Spiegelanfrage darüber erfahren und dann habe ich gesagt, okay, was soll ich jetzt machen? Ich habe damit nicht gerechnet, dass so ein Vorwurf erhoben wird von anonymen Leuten, die ich nicht kannte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bitte meine Universität, das zu prüfen. Meine Universität hat geprüft, fast ein Jahr lang, mit einem hochkarätigen Gremium und dann nach fast einem Jahr ist festgestellt worden, Eigenständigkeit der Leistung der Arbeit ist in Ordnung, es sind Fehler aufgetreten, es wird gerügt. Ich habe gesagt, wenn der Titel aberkannt wird, trete ich zurück. Der Titel ist nicht aberkannt worden, das Verfahren ist komplett abgeschlossen worden. Ich bin nicht zurückgetreten, habe meinen Job als Ministerin gemacht, habe 100 Prozent meiner Aufträge erfüllt. Dann, 2020, kurz bevor ich für den Landesvorsitz der Berliner SPD kandidiert habe, kurz vor dem Parteitag, ein paar Tage vorher, kam das Verfahren wird nochmal neu aufgerollt. Ein bisher in Deutschland einmaliger Vorgang. Sehen Sie da eine politische Kampagne? Ein drittes Mal geprüft. Das ist völlig unerheblich. Ich berichte, das ist hier total neutral. Es ist das erste Mal, dass sowas gewesen ist. Okay, ich habe gesagt, kurz vor dem Parteitag, ich verzichte auf das Führen des Titels. Dann ist die Arbeit geprüft worden. In der Zeit stand natürlich zur Frage, was mache ich denn jetzt? Und für mich war immer klar, ich stehe dazu, dass ich hier in Berlin antrete als Landesvorsitzende. Ich bin gewählt worden von meiner Partei und ich habe meiner Partei gesagt, ihr könnt euch auf mich verlassen. Die Berlinerinnen und Berliner können sich auf mich verlassen und die SPD kann sich auf mich verlassen. Egal, was passiert. Ich stehe für Berlin bereit und ich mache das auch. Und das habe ich auch gemacht. Und dann ist ja das passiert, dass eine quasi nach der dritten Prüfung dann anders entschieden worden ist und ich habe daraus die Konsequenz gezogen für das Amt der Bundesministerin. So, wie ich es vorher gesagt habe. Ich habe zu meinem Wort gestanden. Aber ich stehe auch zu meinem Wort, dass ich hier in Berlin antrete, dass ich zur Verfügung stehe und meine Kraft, meine Kompetenz und Erfahrung aus den letzten fast 20 Jahren politischer Arbeit einbringe für diese Stadt. Das ist das, wozu ich stehe und zwar aus voller Überzeugung mit meiner ganzen Kraft. Und wissen Sie, wer das entscheidet am Ende, ob das so ist oder nicht? Die Berlinerinnen und Berliner entscheiden das mit ihrer Wahlentscheidung am 26. September. Und das ist, finde ich, doch das eindeutigste Urteil dann über alles, wenn die Berlinerinnen und Berliner eine Entscheidung treffen. Und das ist mein Angebot. Ihre Betreuerin Tanja Börzl hat sich jetzt zum ersten Mal dazu geäußert. Sie haben ja fünf Jahre lang mit ihr an dieser Arbeit betreut worden von Ihnen. Sie hat gesagt, ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass jemand, mit dem ich über mehrere Jahre zusammengearbeitet habe, mich täuscht. Das hat sie in der OSI-Zeitung gesagt. Haben Sie mit ihr noch mal gesprochen? Nein, das habe ich nicht. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass jetzt nach drei Jahren quasi Überprüfungsverfahren und weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, sie jetzt dazu sich äußert. auch in dieser Form. Das ist aber Ihre Entscheidung, sich so zu äußern. Und ich kann Ihnen nur sagen, das, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe, ich habe diese Arbeit so geschrieben, wie ich das für richtig gehalten habe, wie ich von ihr auch begleitet worden bin und zwar eng begleitet worden bin. Und es ist jetzt so, wie es ist. Es ist alles entschieden. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin wirklich willig und bereit, hier für Berlin alles zu geben, was ich geben kann. Und die Berlinerinnen und Berliner entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Ich bin nicht in einem politischen Amt. Ich bin ehrenamtlich Landesvorsitzende der Berliner SPD und einfach Kandidatin. Nicht mehr und nicht weniger. Und jeder, jeder in diesem Land kann für ein politisches Amt kandidieren, wenn er das Vertrauen seiner Partei dafür bekommt. Und ich habe das Vertrauen und die Unterstützung meiner Partei, fast 20.000 Mitglieder der Berliner SPD. Darüber bin ich dankbar. Ich bin dankbar über all die 78 Kandidierenden, die in ihren Wahlkreisen gerade einen super Job machen und über alle, die mitkommen auf unserem Weg für eine soziale und sichere Stadt, für eine gerechte und zukunftsfähige Metropole. Das ist das, wofür ich antrete. Und das ist das, worüber am Ende die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt entscheiden werden. Ja, vielen Dank. Wir sind kurz nach 20 Uhr und würden das hier als Schlusswort nehmen, bevor wir in die Gesprächsrunde gehen. Ich frage mal, ob Manu da ist. Ah ja. Ich bin da. Hallo. Vielen Dank für die einregende Diskussion, für die angeregte Diskussion. Ich habe viel Papier ausgedruckt. Es gibt viele Fragen. Das ist schon mal schön. Das ist ein gutes Zeichen. Kinder sind ein schlechter Ersatz für Hunde. Den finde ich ja ganz... Also als ehemalige Kinderministerin kann ich dem nicht zustimmen. Das ist mir schon klar. Aber okay, jetzt wird es sehr komisch. Das liegt unter anderem an der hier. Also die Taz ist ein Unternehmen, in dem Bürohunde sehr willkommen sind. Dementsprechend, ja. Sie haben es leider mit einem Hundehalter zu tun, Frau Geffi. Da müssen wir jetzt durch. Kommen wir mal zu den Fragen. Beziehungsweise wir haben zuerst auf YouTube eine winzig kleine Mini-Umfrage gemacht unter den Leuten, die zugeschaut haben im Stream. Und wir haben die Frage gestellt Findet ihr die Kandidatin, so wie sie sich hier im Stream präsentiert, vertrauenswürdig? Das ist fast 50-50. Ja, sagen 5%. Nein, sagen 47%. Jezo, in Anlehnung an den Berliner Dialekt, auch 47%. Also, die eine Hälfte. Und natürlich, ich meine, ist null repräsentativ. Weil diese Umfrage haben 17 Leute angeklickt. Also, bei diesen 17 haben sie schon mal so... Die eine Hälfte fand sie gut, die andere Hälfte fand sie eher so... Eine Umfrage, die du nicht selbst gemacht hast, ne? Ja, genau, so ein bisschen. So, kommen wir mal zu den Fragen. Da haben wir sehr viel. Eine Frage, die mussten sich auch schon die Kollegen Lederer und Wegner gefallen lassen. Die einreichende Person hat sie explizit an alle vier, also nächste Woche Frau Jarasch kriegt sie auch, gerichtet. Meine Frage ist, an welchen Vorschlägen kann ich erkennen, dass die Kandidatin nachhaltige Verbesserungen für die Personalerstattung der Krankenhäuser in Berlin einleiten wird? Ja, ein großes Thema, wo es auch um gerechte und faire Arbeitsbedingungen geht und gute Löhne in dieser Stadt. Wir haben gerade eine Krankenhausbewegung. Wir haben gerade die Streiks in der Stadt, die natürlich auch ihre Berechtigung haben. Ich finde es erstmal wichtig, dass diejenigen, die ihr Streikrecht ausüben wollen, das auch können. Und das ist auch in Ordnung. Wir müssen trotzdem natürlich immer das, und ich denke, das wird auch sehr verantwortungsvoll gemacht, im Blick haben, dass die Patientenversorgung so ist, dass niemand in Gefahr kommt. Und ich finde es wichtig, dass wir uns da auch klar bekennen zu wirklich einer gerechten Bezahlung für diejenigen, die in der Krankenhauspflege arbeiten, in den Konzernen, aber auch in den Töchtern. Darum geht es ja, TVÖD für alle. Ich finde diese Forderung richtig. Und es wird ja auch, es gibt schon intensive Gespräche dazu. Ich finde es sehr wichtig, dass die Verhandlungsparteien wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Es gab sowohl von Charité als auch von Vivantes Vorschläge, wie man es lösen könnte. Das muss natürlich unterstützt werden durch die Landesregierung. Und ich weiß, dass sowohl Michael Müller als auch die Gesundheitssenatorin Dilek Kalaichi ein sehr großes Interesse daran haben, auch mit den Klinikkonzernen zusammen, hier dafür auch einen Beitrag zu leisten, dass es zu einer Lösung kommt. Aber wir müssen eben auch sehen, es gibt Tarifautonomie. Die Tarifparteien müssen das zunächst einmal selbst auch aushandeln. Das ist auch zu respektieren. Und ich finde es sehr wichtig, dass jetzt auch zügig ein Verfahren verabredet wird, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um hier eine Lösung zu finden. Und der Vorschlag ist ja, den ich sehr begrüße, dass eben auch ein dritter Mediator dort eingesetzt wird, der vermittelnd wirken kann zwischen den Parteien in einer Situation, wo wir doch sehr verfahren mittlerweile sind. und ich hoffe sehr, dass wir dazu auch sehr zügig kommen und dass die Parteien, die Tarifparteien, die das betrifft, da auch zügig zu kommen. Aber ich finde in der Sache, die Frage ist ja absolut berechtigt und auch das Anliegen ist absolut berechtigt, dass wir zu einer besseren Bezahlung im Pflege- und Klinikbereich kommen. Ein wichtiger Punkt ist schon erreicht worden im Bereich der Auszubildenden, das auch in meiner Verantwortung noch als Bundesministerin erfolgt, dass wir endlich in Deutschland überall das Schulgeld abgeschafft haben in der Pflegeausbildung und eine Ausbildungsvergütung eingeführt haben. Das ist ein sehr wichtiger Schritt für die Auszubildenden, aber natürlich müssen bessere Arbeits- und Bezahlungsbedingungen auch darüber hinausgehen, auch für die, die jetzt nicht in der Ausbildung sind, sondern eine Perspektive brauchen in ihrem täglichen Beruf und Arbeitsleben. Okay, vielen Dank. Wir bleiben beim Personal, das im weitesten Sinne vom Land Berlin angestellt wird. Stichwort Lehrerbeamtung, Lehrer-Verbeamtung. Sind Sie dafür und wenn ja, warum? Ich bin dafür und zwar schon seit vielen Jahren, schon aus meiner Zeit als Bildungsstadträtin in Neukölln, habe ich es erlebt, dass uns eben immer wieder Lehrerinnen und Lehrer, die hier in Berlin gut ausgebildet sind, abgewandert sind, vor allen Dingen ins benachbarte Brandenburg. Wir haben dann damals immer von dem sogenannten Drehtüreffekt gesprochen. Also man geht für eine Zeit nach Brandenburg, lässt sich da verbeamten und kommt quasi im Drehtüreffekt wieder zurück nach Berlin. Man kann jetzt sagen, wenn man Glück hat, kommen die Leute im Drehtüreffekt nach Berlin zurück. Wenn man Pech hat, merken sie, dass es in Brandenburg auch ganz schön ist und bleiben da und sind für Berlin verloren. Das ist eine Situation, die einfach ungut ist und man kann der Meinung sein, wie man will, ob das jetzt eine hoheitliche Aufgabe ist, einen Lehrerberuf auszuüben und ob man das machen sollte. Da kann man viel drüber diskutieren, aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass auch in diesem Jahr wieder 700 Lehrer abgewandert sind in andere Bundesländer, weil die Bedingungen dort besser sind. Nicht nur was Verbeamtung betrifft, sondern auch vielleicht andere Arbeitsbedingungen. Die Verbeamtung ist nicht die einzige Antwort, aber sie ist eine Antwort und ich wäre dafür, dass wir eben nicht weiter die pädagogische Insel Berlin machen, sondern sagen, wenn alle um uns herum verbeamten und uns die Leute deswegen auch abwandern, müssen wir das auch tun hier in Berlin und darüber hinaus gute Arbeitsbedingungen schaffen mit Personalfachkraft, Kindschlüssel, mit Verwaltungsleitungsstärkung in den Schulen, mit dem, was wir jetzt auch schon machen, Brennpunkt-Schulprogramm, Brennpunkt-Zulage, entsprechende zusätzliche Unterstützung, Schulbau-Offensive, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Aber ja, ich wäre dafür, die Lehrerinnen und Lehrer hier in Berlin auch zu verbeamten. Wir bleiben beim Personal. Liebe Frau Giffey, viele der Projekte, die von der rot-grün-roten Koalition in den letzten Jahren nicht umgesetzt wurden oder nicht umgesetzt werden konnten, scha- Hä? Giffey, wie Norderney. Liebe Frau Giffey. Wie Harley und Giffey ist wie Norderney. Also eher Nordsee statt Motorrad, das ist in Ordnung. So, zurück zur Frage. Viele der Projekte der Koalition, der ausgehenden Koalition konnten nicht umgesetzt werden wegen Personalmangel, sowohl im Land wie auch im Bezirk. Was würde unter einer Bürgermeisterin Giffey besser werden im Land Berlin in der Personalausstattung und würden Sie sogar an eine Verwaltungsreform heranwagen und die zweistufige Verwaltung in Berlin auflösen oder umbauen? Also, es braucht sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Reformen und Optimierung von Prozessen. Ich finde auch gut, wenn wir uns in einem Verfassungskonvent darüber Gedanken machen, wie wir die Berliner Verfassung so aufstellen können, dass Dinge in Zukunft besser laufen. Aber, ich bin nicht der Meinung, dass die grundsätzliche Abschaffung von Bezirken, also sprich die Zweistufigkeit der Verwaltung auflösen, wenn das damit gemeint ist, dazu führt, dass die Dinge automatisch besser werden. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir in einer 3,7-Millionen-Stadt leben, zwölf Bezirke, zwölf Großstädte mit jeweils über 300.000 Einwohnern. Das sind Menschen, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass diejenigen, die ansprechbar für sie sind, nicht in eineinhalb Stunden weiter erst zu erreichen sind. Ich finde es gut, wenn wir starke Bezirksämter haben, die ihre Aufgaben auch vor Ort wahrnehmen können. Ich habe selber 16 Jahre lang in einer Bezirksverwaltung gearbeitet, sowohl im Sachbearbeiterbereich als auch als Dezernentin und Bürgermeisterin. Ich kann Ihnen sagen, das, was in den Bezirken teilweise nicht gut läuft, liegt daran, dass wir an vielen Stellen nicht genügend Personal haben. Da ist in den letzten Jahren viel passiert, da ist auch aufgestockt worden. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo Auszubildende nicht übernommen werden konnten. Die sind abgewandert, die sind zum Bund gegangen, in die freie Wirtschaft, Katastrophe. Das ist seit langem Gott sei Dank nicht mehr der Fall, sondern die Auszubildenden werden übernommen. Es gibt auch steigende Ausbildungsteile, das ist gut so. Aber wir müssen, wenn wir sehen, wir kriegen die Baugenehmigung nicht schnell genug hin, weil nicht genügend Leute da sind, muss da aufgestockt werden. Und auch in den Bürgerämtern, die können die Termine noch so schön digital vergeben. Wenn nicht genug Leute da sind, die es machen, dann hilft ihnen auch das Digitale nichts. Und deswegen ist ganz klar, wir brauchen an den entscheidenden Stellen mehr Leute. Und es geht natürlich auch darum, dass wir die, die da sind, entlasten, durch auch Digitalisierungsprozesse. wenn wir uns anschauen, ich habe im Bund das Digitale-Familienleistung-Gesetz, Elterngeld digital, Kinderzuschlag digital gemacht. Das ist eine enorme Erleichterung, auch für die Verwaltung, wenn die Sachen nicht mehr händisch eingegeben werden müssen. Das Entscheidende ist, dass wir für die wichtigen Produkte, die wir haben, wo die Leute am meisten nachfragen, Anwohnerparkausweis, Standesamtanmeldung, gut machen Leute nicht so häufig, aber trotzdem, also manche schon so. Oder auch der Personalausweis, die Kfz-Anmeldung, das sind die Sachen, wo häufig Bürgerkontakte mit der Verwaltung ist. Und wenn wir diese Produkte, die am häufigsten, die Dienstleistungen, die am häufigsten nachgefragt werden, digitalisieren, dann ist schon viel gewonnen. Und da müssen wir auch einen Fokus drauflegen und an den Stellen, wo eben Zuständigkeiten nicht klar verteilt sind, wo wir immer wieder Rangeleien haben, auch Dinge verändern, rechtlich verändern. Aber ich bin nicht dafür, dass wir sagen, grundsätzlich die Bezirke müssen weg und dann wird alles besser. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir brauchen starke Bezirke, die ihre Aufgaben ordentlich machen können. Und wir brauchen eine Haltung fürs Unternehmen Berlin, wo Menschen auch mal sagen, ich bin stolz, hier zu arbeiten. Ich arbeite für diese Stadt und trage dazu bei, dass die tollste Stadt Europas und der Welt funktioniert. Und dieses Selbstverständnis der Berliner Verwaltung, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Es ist aber nicht unmöglich. Ja, daran glaube ich und daran würde ich gerne arbeiten. Ganz kurze Nachfrage, die Verfassungskonvent, was soll der dann entwickeln? Naja, es geht ja schon darum, wie wir unser allgemeines Zuständigkeitsgesetz auch gestalten, wie wir die Berliner Verfassung so aufstellen, dass es an den Stellen, wo Zuständigkeiten eben nicht klar geregelt sind, diese auch klarer regeln. Aber nochmal, wir können nicht sagen, wir machen jetzt hier eine Diskussion über die Verfassung und so lange passiert nichts. Also ich habe ja immer Sorge, man macht die ganze Legislatur ein Verfassungskonvent und am Ende hat man irgendein Strategiepapier, nichts hat sich verändert. Das darf nicht passieren, sondern wir müssen es so machen, dass wir an den Stellen, wo wir schnell auch Dinge verändern können, Digitalisierung bestimmter Verwaltungsleistungen, Ausstattung der Bürgerämter und der Bauämter mit mehr Personal, der Straßen- und Grünflächenämter, die für die Baustelleneinrichtung zuständig sind, Ausstattung mit mehr Personal, dass wir diese Dinge tun und dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die Verfassung so aufstellen können, dass es eine klare Zuständigkeitsverteilung gibt. Das kann man tun, aber ich glaube nicht daran, dass die Zentralisierung dazu führen könnte, dass alles besser wird, sondern wir brauchen eine klare Zuständigkeitsverteilung, Personalausstattung, um das zu bewältigen, was vor uns liegt. Vielleicht machen wir noch eine Frage aus dem Internet und dann gehen wir hier mal in den Raum. Ich habe sogar noch zwei. Wenn sich die SPD weigert, das partizipativ erarbeitete Projekt der Charta für Berliner Stadtgrün zu beschließen, welche Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen können wir dann von Ihnen erwarten? Also die Charta für Berliner Stadtgrün haben wir uns nicht verweigert. Und was war die andere Frage? Das Mobilitätsgesetz? Welche Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen können wir denn dann von Ihnen erwarten? Weil ich meine, es stimmt hier schon, dass die Stadtgrün-Charta ja letztens im Senat dann doch wieder durchgefallen ist, gescheitert an Ihrer Partei. Zumindest geht so die Erzählung Ihrer noch Koalition ins Partner. Ich will mal ganz klar sagen, dass wir hier auch mal differenzieren müssen. Es geht nicht darum, dass die Charta für Stadtgrün oder Mobilitätsmaßnahmen im Bereich Radverkehr und Fußverkehr grundsätzlich abgelehnt worden sind, auch nicht Wirtschaftsverkehr. Da gibt es ganz große Einigungspunkte, wo wir total auch mitgehen. Aber wenn wir sagen, wir erklären jede Brachfläche in unserer Stadt zu einem Gebiet, das nicht mehr bebaubar ist, dann konterkarieren wir ein Ziel, was wir an anderer Stelle haben, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Nämlich, dass wir Wohnungen in unserer Stadt brauchen. Und natürlich müssen wir das Stadtgrün erhalten. Da sind wir als SPD da völlig klar, völlig dafür. Aber wenn wir pauschal sagen, keine Brachfläche darf mehr mit Wohnungsbau bebaut werden, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir einfach innerstädtisches Wohnbauen noch mal zusätzlich erschweren. Und wir haben alle heute besprochen, wie wichtig bezahlbarer Wohnraum ist. Das ist die größte soziale Frage in unserer Stadt. Und dann müssen wir differenziert gucken, an welcher Stelle brauchen wir das. Ich bin auch dafür, dass wir möglichst wenig Flächen zusätzlich versiegeln. Im Gegenteil, dass wir die Flächen, die schon versiegelt sind, besser nutzen. Stichwort Supermärkte, Parkplätze von Supermärkten. Da kann man ganz viel machen in der Innenstadt durch Aufstockung. Da sind mehrere Supermarktketten auch hier in Berlin, die ein großes Interesse daran hätten, quasi ihre Supermärkte aufzustocken und da Wohnbebauung unterzubringen. Ich finde auch super, was am Holzmarkt jetzt passiert mit der Schwimmhalle, wo ja auch geplant ist. Unten Schwimmhalle, sogar doppelt so groß und oben Studenten wohnen. Das sind sehr gute Sachen, wo wir versiegelte Flächen besser nutzen können. Aber wir werden auch, wenn wir 200.000 Wohnungen in den nächsten Jahren in der Stadt brauchen, an einige Brachflächen ran müssen und vielleicht auch noch mal darüber nachdenken, ob wir nicht doch eine neue Diskussion führen über das Tempelhofer Feld, über die Randbebauung des Tempelhofer Feldes. Ich finde, einfach liegen lassen kann jetzt nicht unser Punkt sein, sondern wir haben da 300 Hektar. 200 Hektar im Innenring, 100 Hektar im Außenring. Die 200 Hektar im Innenring, das ist größer als der Central Park in New York, bin ich dafür, grüne Lunge der Stadt, Freiheiten auf jeden Fall. Aber die 100 Hektar drumherum, das könnten tausende von bezahlbaren Wohnungen sein, die da entstehen, in der Innenstadt. Und wenn wir das machen, dann wird nicht Verlust von Grünfläche, sondern Erhalt von Lebensqualität und Wohnfläche und lebenswerten Stadtquartieren gemacht. Und ich finde, dass wir an dieser Stelle wirklich auch differenziert da vorgehen müssen und sagen, okay, wir wollen Stadtgrün erhalten, die SPD bekennt sich dazu, aber pauschal zu sagen, keine Brachflächen mehr dürfen bebaut werden, das konterkariert das Ziel, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Frage und vorher noch einen Punkt, das mit dem Tempelhof verfällt und der Bebauung hat Herr Wegner übrigens gestern Abend an dieser Stelle fast genauso wortgleich so erzählt. Da sind Sie sich also sehr einig. Kommen wir noch zur letzten Frage, versprochen letzte Frage. Danach soll das Publikum im Saal das letzte Wort haben. Was würde Berlin unter einer Regierung, unter Ihrer Regierung konkret tun, um die Außenbezirke vom Pkw-Pendlerverkehr aus Brandenburg zu entlasten? Auch 30 Jahre nach der Wende ist der Nahverkehr zwischen beiden Ländern mies und über 20 Jahre hatten in beiden Ländern die SPD die politische Verantwortung. Ja, also, wenn ich mir die vielen Regionalexpress-Verbindungen angucke, die schon heute auch da sind, dann ist das erstmal was, worauf wir aufbauen können. Wir können auf den Schienennetzen, die vorhanden sind, mit Taktverdichtungen arbeiten, um quasi vorhandene Ressourcen zu nutzen. Natürlich geht es auch um weiteren Schienenausbau, um die Anbindung und wir haben ja am Anfang über die U-Bahn-Verlängerung gesprochen. Gerade dort ist es natürlich wichtig, dass wir in die Außenbezirke gehen, dass die U-Bahn-Verlängerung eben die Außenbezirke erschließen und dann auch bessere Andockpunkte für die Pendler bieten, die von Brandenburg kommen. Wir können über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes und die Möglichkeiten, die ja dort geschaffen worden sind, um eben auch die Verkehrsinfrastruktur, das Schienennetz zu verbessern, auch ganz klar, und das sollten wir auch tun, auf Bundesmittel zurückgreifen. Sowohl die U-Bahn-Verlängerung als auch der Ausbau der Schiene auf den Regionalverbindungen und auch auf den S-Bahn-Strecken wird nicht alleine durch das Land Berlin zu stemmen sein, aber, und das hat ja Olaf Scholz für die Bundesebene auch ganz klar gesagt, die Schienenverbesserung in Deutschland, die Anbindung, gerade auch in Metropolregionen wie Berlin-Brandenburg, wird ein Schwerpunkt der nächsten Bundesregierung sein und das heißt, unser Job in Berlin ist zu sagen, so, wir sind Hauptstadt, wir sind Hauptstadtregion, wir haben nationale Bedeutung und deswegen ist es wichtig, dass der Bund hier ganz gezielt auch solche Projekte mit Bundesmitteln unterstützt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ja noch ein paar Kontakte und ich werde die nutzen, um auch für Berlin entsprechende Bundesunterstützung zu generieren, die wir hier für die Entwicklung auch dieser Schienenanbindung, der Pendlerwege von Brandenburg nach Berlin rein, dass wir das verbessern können. Es ist auf jeden Fall so, gerade dort ist die Chance für die Reduzierung von Autoverkehr in die Stadt am größten, weil wir im Moment ja sehr viele haben, die, weil die Anbindung außen nicht gut ist, mit dem Auto in die Stadt fahren. Und wenn wir die Verbindung nach außen verbessern, dann haben wir auch eine Chance, das zu reduzieren und das dient dann auch der klimafreundlichen Stadt. Vielen Dank, soweit von meiner Seite aus dem Internet und jetzt das Publikum im Saal. Halt bitte das letzte Wort. Kurz bitte Handzeichen, wir haben ein Mikro hier im Raum. Wo ist es? Ja, vielleicht eins, zwei, drei, vier, fünf. Also vielleicht da drüben. Ich nutze die Pause noch ganz kurz, um Werbung zu machen für die Pay-Wahl der Taz. Ihr wisst, Sie wissen wahrscheinlich, dass die Taz nichts kostet im Internet, dass man aber freiwillig zahlen kann. Taz zahlig heißt das System und wir freuen uns natürlich, wenn mehr und mehr Menschen das unterstützen. Wir wollen unsere Inhalte weiterhin öffentlich lassen. Wir wollen solche Veranstaltungen weitermachen und das funktioniert natürlich umso besser, je mehr Menschen dort einen freiwilligen Beitrag leisten. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es hilft für alle und es ist auch ein Zeichen dafür, dass Journalismus eine Wertschätzung genießt. Und jetzt die erste Frage. Wir hatten vorhin von innerer Sicherheit gesprochen und Sie sagten, man hätte die Stellen von Polizisten ja auch erhöht. Mich würde Ihre Haltung interessieren, wenn zum Beispiel so etwas passiert wie vorletztes Wochenende, dass eine Frau bei ihrer Arbeit fast erstochen worden wäre und die Erklärung von vielen ist ja dann, das ist ein bedauerlicher Einzelfall, weil der Mann psychisch krank ist. Ist das Ihre Haltung oder könnte man das auch so sehen, dass wir nicht genügend Integrationsanstrengungen vollbracht haben und die müssen erhöht werden und dann wäre das Thema gelöst oder liegt solche Gefährdung der inneren Sicherheit auch noch woanders nach Ihrer Meinung? Sie meinen den Messerangriff auf die Landschaftsgärtnerin, die dort sehr, sehr schwer verletzt worden ist und also erst mal solche, so ein Fall ist schrecklich, das ist eine furchtbare Tat, die da begangen wurde und es ist vollkommen klar und richtig, dass solche Straftaten schwer bestraft werden müssen und ich finde es aber auch nicht richtig zu sagen, das hat jetzt was mit gescheiterter Integration im Allgemeinen zu tun und wir müssen jetzt alle Integrationsbemühungen hochfahren, damit sowas nicht mehr passiert. Also jemand, der so eine, auch ist ja nicht ganz klar, wie diese Tat jetzt motiviert war, ob das auch mit einer, also jemand, der sowas macht, ist aus meiner Sicht psychisch nicht wirklich gesund und wir haben hier eine Situation, in der etwas, eine vollkommen, eine Tat passiert ist, die überhaupt nicht diskutabel ist, die auch nicht irgendwie zu bewerten ist durch irgendwas, sondern es ist eine furchtbare Tat, die begangen worden ist, die bestraft werden muss und wo für die Frau, die betroffen ist, alles getan werden muss, damit sie wieder auch sich von dieser furchtbaren Tat erholt und alle Hilfe bekommt, die dafür nötig ist. Aber zu sagen, wir leiten daraus jetzt ab, dass eine bestimmte Gruppe in besonderer Weise hier nicht ordentlich integriert wurde, das finde ich schwierig. Wir haben noch sechs Minuten, es wäre nett, wenn auch noch andere Menschen hier zu Wort kämen. Also, wissen Sie, in dieser Pauschalität, natürlich finde ich, dass wir Menschen, die solche Auffassungen haben, dass Frauen nicht arbeiten sollten oder die überhaupt unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht beachten, dass wir dagegen ganz klar auch vorgehen müssen und dagegen auch Stellung beziehen und Leute, die Straftaten begehen, aus diesem Grund schon erst recht auch konsequent verfolgen. Aber daraus abzuleiten, dass jeder, der andere Werte hat, als wir, ein potenzieller Schwerstverbrecher ist, das finde ich, kann man so nicht stehen lassen. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt auch, bitte, haben Sie dafür auch Verständnis, auch noch andere der Gäste zu Wort kommen lassen. Da waren noch weitere Wortmeldungen. Würden Sie sich nochmal, ja, Dankeschön. Guten Abend. Sie haben, Frau Giffey, von Bürokratie gesprochen, der Personalmängel, Sie haben auch mit sehr viel Kraft und Freude von Einbürgerung gesprochen. Mein Antrag zur Einbürgerung liegt beim Bezirksamt in Kreuzberg mehr als ein Jahr. Das geht nicht nur um Papierkram und Personalmangel, das geht auch um Willkür, das geht auch um Faulheit, das geht auch um Unfähigkeit. Das Verfahren ist völlig intransparent. Man hat keine Ahnung, was da los ist. In der Zwischenzeit mehrere Freunde von mir sind mit dem selben Profil auch beim selben Bezirksamt eingebürgert. Ich nicht. Ich bin von der Wahl am 26. September ausgeschlossen. Und was tun Sie, wenn Sie Bürgermeisterin wäre? Nicht nur mehr Personal und so weiter, aber auch bessere Personal. Und nicht nur für Einbürgerung, nicht nur im Bezirksamt, aber überall. Also zunächst mal finde ich das, also ich würde gerne nochmal, vielleicht können Sie mir Ihren Fall auch nochmal schildern oder mir schreiben. Ich habe schon mal auch mit der Bezirksbürgermeisterin hier in Friedrichshain-Kreuzberg in so einem ähnlichen Fall Kontakt aufgenommen und Sie gebeten, doch da auch dafür zu sorgen, dass das dann auch funktioniert. Da wartete jemand noch länger darauf. Ich bin da gerne bereit, das auch nochmal zu versuchen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt noch möglich ist, so schnell, aber es ist natürlich etwas, was nicht gut ist, wenn Leute so lange auf ihre Einbürgerung warten. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Legislatur auch alles daran setzen müssen, dass solche Dinge beschleunigt werden und dass wir es schaffen, Menschen, die hier eingebürgert werden wollen, auch hier einzubürgern, dass das auch eine Haltung und Politik ist, dass diejenigen, die sich entscheiden, das ist so eine Lebensentscheidung, seine Staatsangehörigkeit aufzugeben und die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen, dass wir Menschen dabei unterstützen, die das machen und dass sie auch das Gefühl haben, sie sind dabei herzlich willkommen. Und da müssen wir besser werden, weil jeder, der eingebürgert wird, kann aktiver Staatsbürger hier werden. Das ist doch das Wünschenswerte, was es eigentlich gibt. Und ich habe das in Neukölln sehr, sehr forciert. Wir haben jeden Monat 200 Menschen eingebürgert. Sonst hätte ich 3000 ja nicht geschafft in drei Jahren als Bürgermeister. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass wir da besser werden. Und ich würde Ihnen anbieten für den konkreten Fall, dass Sie mir einfach nochmal schreiben, neben Ihnen sitzen zwei Mitarbeiter von mir, dass wir das einfach nochmal darum bitten, dass Ihr Fall da auch angenommen wird und dass da sich gekümmert wird, dass Sie das zügig bekommen. Weil ich bin wirklich sehr daran interessiert, dass die, die das wollen, die hier gut integriert sind, die die Voraussetzungen erfüllen, nicht noch zig Hürden nehmen müssen, um diese Einbürgung zu bekommen, sondern dass Sie in Ihrem Schritt, in Ihrem Weg, den Sie machen, sich unterstützt, begleitet und auch angenommen fühlen. Ja, danke schön. Wir hatten noch weitere Fragesteller. Sie könnten, ja, danke schön. Ja, schönen guten Tag. Was ist denn für die Corona-bezogenen Maßnahmen von Ihnen zu erwarten, wie das weitergeht? Und konkret dazu auch, was ist Präsenzunterricht an den Unis? Gibt es da eine Ansage, gibt es da eine Erwartung, dass das wieder kommt oder unter welchen Bedingungen? Das würde mich interessieren. Also zunächst einmal habe ich ja im letzten Jahr sehr intensiv auch diese ganzen Corona-Maßnahmen auf der Bundesebene nicht nur begleitet, sondern war involviert in die vielen Verhandlungen bis in die Nächte lang, wie wir es machen. Wir haben eine andere Situation jetzt. Wir haben einen Impfstoff, wir haben die Tests, wir haben die Selbsttests, wir haben eine völlig andere Lage. Und das, was wir gemacht haben im letzten Jahr in einer Situation, wo am Tag bis zu 1.000 oder über 1.000 Menschen gestorben sind, dieser Lockdown, der gemacht wurde, weil es auch keine anderen Mittel gab, der ist jetzt in dieser Situation aus meiner Sicht nicht mehr die zeitgemäße Antwort. Wir müssen alles dafür tun, dass wir andere Wege gehen als einen Lockdown. Und das, glaube ich, können wir auch. Wir können jetzt Veranstaltungen stattfinden lassen mit den 3Gs, das finde ich richtig. Und das sollten wir auch weiter tun, auch bei steigenden Inzidenzen. Wir können Vorsichtsmaßnahmen treffen, wir können fürs Impfen weiter werben, aber der Weg nochmal in einen Lockdown wäre für Berlin fatal, sowohl für die Kinder in den Schulen als auch für unsere Wirtschaft, für alle Lebensbereiche, für die Kultur. Und deswegen müssen wir das auch aus meiner Sicht verhindern. Wenn die Inzidenzen steigen, dann braucht es eine konsequente Anwendung der 3Gs bei allen Veranstaltungen. Wir brauchen in den Schulen die Kokon-Strategie, also sprich Erwachsene, die mit Kindern umgehen, die noch nicht geimpft werden können, müssen geimpft sein. Das ist natürlich eine Überzeugungsarbeit. Ich habe mich nicht für eine Impfpflicht ausgesprochen, aber ich spreche mich dafür aus, dass wir Sensibilisierung, Information, Überzeugung machen, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen. Heute ist ja gerade rausgekommen, die Zahl 95 Prozent der Kranken auf den Intensivstationen sind Ungeimpfte. Und wir müssen weiter dafür werben, dass die Leute sich impfen lassen. Aber der Präsenzunterricht an Kitas oder die Präsenzmöglichkeit an Kitas und der Unterricht an Schulen so aufrechterhalten nehmen und zur universitären Frage, ich finde es auch da wichtig, dass wir Schritte hin zur Rückkehr zur Normalität auch machen und Präsenz auch an den Universitäten wieder mehr möglich ist. Frau Giffel, Sie sagten, dass das Klimathema für Sie auch von ganz zentraler Bedeutung ist am Anfang. Nun haben wir dazu heute relativ wenig gehört. Ich habe von der ARD-App vorhin gerade die Information hier noch gehabt, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat untersucht, wie die Parteiprogramme ermöglichen wollen, dieses Klimaziel von 1,5 Grad zu erreichen. Und die haben das bepunktet bis zum maximalen Stand von 4. und die SPD hat mit 1,8 genau wie die CDU abgeschnitten. Schlechter als die CDU. Schlechter als die CDU? Okay. Das Bundesprogramm? Das Bundesprogramm. Also es ist Bundespolitik. Aber auch in Berlin wollen wir hier viel Klimapolitik umsetzen, nehme ich an Sie auch. Und heute habe ich von Ihnen nur gehört, dass Sie einen großen Teil versiegeln wollen von dem Tempelhofer Feld und da das bebauen wollen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Randbebauung des Tempelhofer Feldes. Naja, Randbebauung, das ist doch ein großer Teil des Tempelhofer Feldes, die Randbebauung. Okay, wie auch immer. Was wollen Sie tun, um solche Werte zu verbessern? Was wollen Sie konkret in Berlin tun, um unser Klimaziel, dem zumindest näher zu kommen, denn zu erreichen, ist es wohl sowieso nicht. Dankeschön. Wenn wir eine Randbebauung, ein Drittel, nicht den Großteil des Tempelhofer Feldes neu diskutieren mit der Stadtgesellschaft, denn das müssen wir, wir haben einen Volksentscheid, der ist als verbindlich eingestuft, wenn, dann müssen wir nochmal eine neue Volksbefragung dazu machen, dann ist das natürlich eine Bebauung, eine Stadtquartiersentwicklung, die klimaneutral sein muss. Das ist ja das, was die Herausforderung ist, dass wir die Stadtquartiere, die in Zukunft entstehen, so aufstellen, dass sie klimaneutral sind, dass wir mit erneuerbaren Energien arbeiten, dass wir mit Solardächern, mit grünten Dächern arbeiten, dass wir dafür sorgen, dass eine Mobilität dort gebaut wird, die den modernen Anforderungen einer klimaneutralen Stadt entspricht, mit E-Ladesäulen, mit Wasserstofftechnologie, mit E-Fuels. Und wir sehen es am Euref Campus, der ja schon existiert, es geht, man kann Stadtquartiere klimaneutral gestalten und bauen gleichzeitig die Frage des bezahlbaren Wohnens lösen. Da könnte das Tempelhofer Feld ein Experimentierort, ein Innovationsort sein, der weltweit Signalwirkung haben könnte. Da kann man nicht einfach irgendwas hinbauen und sagen, machen wir so wie immer, sondern das muss natürlich dann ein Stadtquartier sein, was klimaneutral ist und den neuesten Anforderungen entspricht. Und natürlich brauchen wir das nicht nur dort, wir brauchen es auch an anderen Teilen der Stadt. Die Mobilitätswende wird uns alle beschäftigen. Wir werden hier Regionen für den Bau von Elektroautos werden. Ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber ich sage mal, eine große Firma entsteht am Rande Berlins. Und das wird auch Auswirkungen hier haben, aber die Leute werden sich dann ein Elektroauto kaufen, wenn sie es sich leisten können, wenn sie hier die Ladeinfrastruktur vorfinden. Und es geht halt auch nicht, die Kabeltrommel aus dem fünften Stock runterzuwerfen, das Auto aufzuladen. Sie brauchen die Ladeinfrastruktur und deswegen müssen wir die ausbauen. Und zwar sowohl öffentliches Land als auch privat. Es gibt viele Private, die haben in ihrer Tiefgarage oder in den Wohnquartieren, wollen die gerne die Genehmigung, dass sie Ladeinfrastruktur aufbauen können. Das müssen wir voranbringen, damit wir wirklich die Ladepunkte haben. Wir haben die Startup-Unternehmen, die hier Wasserstofftechnologien entwickeln, auf dem Wissenschaftsstandort Adlershof für die Versorgung von Wohnhäusern. Wir haben in Berlin Tausende Einfamilienhäuser. Wenn die anders versorgt werden, mit Solarenergie, mit Wasserstofftechnologie, können wir einen Beitrag dazu leisten. Aber es muss auch sozial verträglich sein. Es gibt Menschen, die haben eine Ölheizung, sagen, ich würde das gerne machen, aber ich bin über 60. Ich kann jetzt nicht noch einen Kredit aufnehmen, um mir hier eine andere Anlage einzubauen. Und da ist die Frage, wie fördern und unterstützen wir das? Und wie können wir in allen Bereichen, deshalb ist bei uns, bei der SPD, das Thema Klimafreundlichkeit auch ein Querschnittsthema. Egal, ob wir Wohnungen bauen, egal, ob wir den ÖPNV ausbauen, ob wir Schulen sanieren, ob wir Wirtschaftszweige fördern, die darauf zielen. Das Klimathema muss überall mitgedacht werden und an allen Stellen auch prioritär eine Rolle spielen. Und das ist die Herausforderung. Und wir sind genauso verpflichtet, wie die Bundesregierung bis 2045 spätestens unsere Stadt klimaneutral zu machen. Das ist eine Riesenherausforderung. und wir wollen uns der auch stellen. Vielen Dank. Wir sind jetzt schon knapp über die Zeit. Ich glaube, wir haben hier einen guten Schluss gefunden oder gab es noch eine Frage im Publikum? Ganz kurz, ganz schnell. Wir müssen gleich los. Also machen Sie schnell. Ich mache auch schnell. Gestatten Sie mir als ehemaligen Schulleiter einer großen Neuköllner Schule. Welche? Fritz Karsen. Ach, gucke an. Sie haben gerade einen neuen Sportplatz und ein Erweiterungsgebäude und die Sanierung der Schultoiletten gekriegt. Ich weiß, ich weiß. Ich bin mit meinem Nachfolger in ständigem Kontakt. Ich habe eine ganz einfache Frage mit einer einzigen Zahl zu beantworten. Wie viele Gemeinschaftsschulen soll es Ihrer Meinung nach in fünf Jahren geben in Berlin? Ich mache jetzt keine einfache Zahl. Es soll mehr geben als heute. Ich habe mich selber in Neukölln dafür eingesetzt, dass wir zwei Campusprojekte mit Gemeinschaftsschulen vorangebracht haben. Campus Eferweg, Campus Rüdli. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Aber es geht nur mit den Schulgemeinschaften nicht dagegen. Man braucht die Leute in den Schulen, die es auch wollen. Und das zu unterstützen, finde ich gut. Und ich würde mal sagen, mehr Gemeinschaftsschulen als heute ist auf jeden Fall unser Ziel. Aber auch eben die Vielfalt der schulischen Angebote. Ich finde genauso gut, dass es eben auch andere Schulformen gibt, dass die Eltern wählen können und dass wir in Berlin ein Angebot machen, das den unterschiedlichen Interessen auch der Eltern und Kinder entsprechend dient. Längere Antwort als eine Zahl. Aber vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Frau Giffey. Es war eine spannende Diskussion. Es war auch dynamisch. Hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank, liebes Publikum hier im Raum, liebes Publikum im Netz, in der weiten Welt der digitalen Welt. Kommen Sie gut nach Hause. Wir werden diese Reihe fortsetzen und beenden am kommenden Montag mit Bettina Jarasch, die dann hier kommen wird. Und dann können Sie, wenn Sie noch nicht aufgeschlossen sind, was Sie wählen oder wen oder wenn Sie wählen wollen, all diese Folgen natürlich auch im Netz weiterhin anschauen, in voller Länge, falls Sie da noch keine Ahnung, Informationslücken haben. Vielen Dank und auf bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.